Ostfront Heeresgruppe Süd, 15.03.1942 Noch immer sitzen wir hoch und trocken in Tscharkow und das ganze Regiment, fast die ganze Division ist vor Ort. Hier scheint wirklich der Schlüssel für die Frühjahrsoffensive zu liegen. Der Obergefrei der Lohnert erzählte mir welche Truppenteile in und um Tscharkow stehen. Das ist schon sehr massiv was hier an Panzern, Artillerie und Pak aufgefahren wird. Mittlerweile sind wir wieder im alten Trott angelangt und die neue Besatzung ist gut eingespielt. Es waren ja auch eher kleinere Vorstöße und unterstützende Angriffe mit unserer Isolde. Ich bin nicht sicher ob der Hauptmann uns noch nicht richtig ins Feuer werfen will weil er sich mit unserem Kommandanten noch nicht so sicher ist oder wir haben einfach immer eine ruhige Ecke erwischt. Aber der Ladeschütze Günther ist auf Zack und der Fahrer Uwe fährt die Isolde butterweich durchs Gelände. Der nächste Tag und es geht wieder los. Wir sollen mit ein paar Pionieren einen kleinen Bunkerkomplex im Vorfeld der Stadt säubern und die Anlagen sprengen damit sich da der Iwan nicht wieder reinsetzt. Zwei Sturmgeschütze fahren Sicherung und wir mit unserem Stummel sollen die feindliche Infanterie beschäftigen. Es sind 20 Kilometer bis dahin und die knapp 50 Pioniere sitzen auf dem Panzer und auch auf den Sturmgeschützen. Zwei Schlitten sind noch dabei mit Sprengstoff beladen um die Bunker unbrauchbar zu machen. Der Schnee liegt nicht sehr hoch und wir kommen gut voran. An Panzersperren vorbei und um die Minenfelder herum kommen wir in den Bereich weit vor Tscharkow. Ein fieseler Storch fliegt Aufklärung und gibt mit wackelnden Flügeln ein Zeichen das es hier so weit feindfrei sein muss. In Gedanken hänge ich an der Optik und denke an den letzten Brief von Gudrun. Mein alter Schulfreund Oskar ist gefallen. Er war Bordschütze auf einer U88 und ist über dem Kanal abgeschossen worden. Die Maschine soll in der Luft explodiert sein und es wurden wohl keine Föhrlschirme gesichtet. Ein großer Verlust für die Familie und ich bin traurig dass ich ihn seit 1940 nicht mehr gesehen habe. Auch Matthias ist gefallen. Mein Cousin war bei den U-Booten und ist nicht mehr zurückgekommen. Man hofft ja, dass die möglicherweise noch aus der Rohre rausgekommen sind und der Tommy die aufgefischt hat, dann ab ins Kriegsgefangenenlager. Bei den Engländern kann man das sicher aushalten, beim Ivan eher nicht. Aber so trübe will ich nicht denken. Irgendwann gibt der Russe auf und wir kommen zurück nach Hause. Sicherlich wird das Jahr noch viele Kämpfe bringen, aber ich denke doch dass sich alles zum Guten wenden wird. Wir rumpeln weiter durch die Schneelandschaft und ich frage meinen Kommandanten ob ich im Turmlug rauchen kann. Ich bekomme die Erlaubnis und klettere hoch. Ein Unteroffizier der Pioniere gibt mir Feuer, und ich schaue über das weiße Land mit den vielen schwarzen Kratern die durch Artillerie und Bombenabwürfe entstanden sind. Etwas später kommt der Storch zurück und schießt rot in unsere Richtung. Das ist nicht gut und über Funk geben wir den Befehl zum Halten. Ich schlüpfe zurück in den Turm und warte auf Ziele. Die Sturmgeschütze gehen in 50 Meter Abstand in Stellung. Ich klebe an der Optik und Feldwebel Hansen sucht das Gelände nach Feindbewegungen ab. Die Pioniere haben sich in Schnee geworfen denn ein Treffer am Panzer wäre für die Kameraden fatal. Noch nicht zu sehen und ich schwenke den Turm leicht in beide Richtungen um mögliche Ziele aufzumachen. Wir fahren an und schieben uns weiter vor. Vor uns liegt eine kleine Anhöhe aber es ist noch nicht zu sehen. Die Pioniere bleiben zurück und gehen so gut sie können in Deckung. Was hat der Storch bloß gesehen? Plötzlich fliegen sehr tief zwei russische Mick Jäger über uns hinweg. Scheinbar selbst überrascht feuern die nicht auf uns sondern drehen in einer langen Kurve wieder auf uns ein. Wir haben keine Luftabwehr dabei und können nur mit MG Feuer versuchen dagegen zu halten. Mit Bordwaffen werden wir nun angegriffen und ziehen trotzdem weiter vor um das Feuer von den Pionieren abzulenken. Nur Sekunden später sehen wir noch eine Maschine am Himmel, eine Me 109, sie jagt in engen Kurven hinter den Russen her, sie treibt sie auseinander und sie verhindert den weiteren Beschuss auf unsere kleine Kampfgruppe. Nicht lange dauert es und der erste Russe qualmt, fliegt aber weiter und versucht zu entkommen. Die Me 109 setzt sich hinter die andere Maschine und feuert aus allen Rohren. Was ein Spektakel am Himmel und nun explodiert der zweite Russ in einem Feuerball. Die Reste der Maschine fallen zu Boden und die deutsche Maschine macht eine Drehung in der Luft und scheint den anderen Flieger zu suchen. Wohl weg der Russe und wir haben Ruhe. Eine Ehrenrunde fliegt die Me noch und wir winken dem Piloten zu, dann dreht er ab. Schon irgendwie die Ritter der Lüfte diese Schlipsoldaten. Damals haben wir denen auf dem Flugplatz geholfen, nun mal anders herum. Weiter gehts und die Pioniere sitzen wieder auf dem Stahlkoloss. Schon kurze Zeit später kommen wir in die Nähe der Bunker und es scheint dass die doch nicht ganz feindfrei sind. Schon bekommen wir Packfeuer und schnell sind zwei Geschütze ausgemacht. Die Sturmgeschütze haben den Feuerkampf aufgenommen und decken die Packbesatzung mit schwerem Kaliber ein. Volltreffer auf die erste und Stahlteile fliegen in einem Feuerball durch die Luft. Die zweite Pack schießt sich langsam ein und wir können mit einer 7,5 cm Sprenggranate neben dem Geschütz die Besatzung außer Gefecht setzen. Weiter gehts, MG Salven prallen an uns ab und wir decken die Stellung mit Granaten ein. Die Pioniere ziehen neben uns vor und halten die Infanterie mit gezieltem Feuer nieder. Der Widerstand, er stirbt langsam und wir rücken vor. Aus einer Mulde preschen plötzlich zwei Panzer heraus, fahren aber von uns weg, ja scheinbar türmen die. Das ist ein großer Fehler, weil die einfach mit Vollgas geradeaus fahren. So sind sie leicht zu treffen und ich bekomme den Feuerbefehl. Gleichzeitig schießen die Sturmgeschütze und der linke Panzer brennt, der Rechte hat einen Kettentreffer und läuft sich fest. Ich visiere in Ruhe an und ein Treffer am Turm lässt auch den Panzer qualmend stehen. Brennende Soldaten springen aus dem Panzer und welten sich im Schnee aber das MG Feuer der Pioniere macht heute kurzen Prozess mit dem Feind. Der letzte Widerstand ist gebrochen und wir schieben uns bis zum Laufgraben an den Bunker heran. Plötzlich springen zwei Russen aus dem Graben und laufen mit Handgranaten auf uns zu, ich ziehe ab und weg sind die beiden. Der Funker ruft mir zu das es Frauen waren, zu spät dafür, Feind ist Feind. Wir feuern weiter und die Russen krallen sich verbissen an die Stellung. Als sich kaum noch was regt ist der Kampf vorbei. Die Pioniere säubern die Gräben, aber in die Bunker kommen sie noch nicht hinein. Es werden acht verwundete Russen gefangen genommen. Darunter sind auch zwei Frauen, Flintenweiber werden die genannt und das ist für mich das erste Mal eine Frau in russischer Uniform zu sehen. Ein Bunker scheint noch nicht ganz gesäubert zu sein, dort drin sitzt noch der Ivan. Im gebrochenen Russisch werden die verbliebenen Rotarmisten aufgefordert aufzugeben, als Antwort wird nur wieder gefeuert. Ein Feldwebel der Pioniere weist seine Leute an beide Bunker mit Sprengstoff voll zu packen, dann werden die eben mit in die Luft gesprengt. Nach 30 Minuten ist alles fertig zur Sprengung. Wir geben den Russen eine letzte Chance aber die geben nicht auf. Bevor wir uns auf den Weg in sichere Entfernung machen zeigt mir der Funker die beiden Frauen die auf uns zugestürmt sind. Nicht mehr viel zu erkennen, doch in einem Berg von Knochen und Fleisch sieht man doch das Gesicht einer jungen Russin im Schnee. Von der anderen ist nichts mehr übrig. Verdammt sollen sie sein, dass wir nun noch gegen Frauen kämpfen müssen. Was kommt als nächstes, Kinder? Aber ich muss das zur Seite legen und nicht nachdenken, entweder die oder ich. Mit einem riesen Knall gehen die Bunker hoch und ich werde aus meinen Gedanken gerissen. Wir haben keine Ausfälle, nur die Pioniere haben ein paar Verwundete. Nichts Ernstes aber zwei Mann liegen doch auf dem Schlitten für den Rückweg. Schweigsam beobachte ich unseren Kommandanten der nachdenklich im Turm sitzt. Viel hat er nicht gesagt im Gefecht, die Kommandos kamen aber eher schleppend. Nun kann ich selbst zwei Schritte weiter denken und da wir auf einer Wellenlänge sind bin ich auch schon so weit bevor er es befiehlt. Nun ja, er braucht sicher noch etwas Zeit. Tagebuch Ostfront Heereskope Süd 20.03.1942 Es braut sich was zusammen. Mal wieder hatte ich das Glück mit dem obergefreiten Lohnert zusammen etwas hochprozentiges zu vernichten. Da er immer mit einem Ohr bei der Stabsbesprechung hängt kriegt er schon viel mit. Aber er kostet es auch aus immer mehr zu wissen als wir und man muss den Lohnert richtig kitzeln um etwas zu erfahren. Ich hatte mich mit etwas Käse und Wein in seine Unterkunft begeben. Die Sonderverpflegung hatte ich gegen eine PPSH getauscht die ich nach dem Bunkerangriff gefunden hatte. Schöne Waffe aber für mich im Panzer nicht zu gebrauchen und die Grenadiere schätzen diese robuste Maschinenpistole sehr. Oberfeldwebel Hansen hat in der Regel nichts dagegen wenn wir kleine Tauschgeschäfte machen aber hat eine klare Ansprache zum Thema Wertgegenstände der gefallenen Russen gehalten. Es wird unter seinem Kommando kein Fleddern von Leichen oder Plünderei geben. Eine MP oder eine normale Pistole ist eine andere Geschichte. Der Lohnert lässt durchsickern das sich immer mehr Truppen der Russen um Scharkow versammeln und alle unsere kleinen Vorstöße haben nur den Zweck die Ausgangsposition zu festigen oder zu verbessern. Nach der Lagekarte die Lohnert gesehen hatte wurden schon 3 Russische Armeen um Scharkow identifiziert. Ich kann das gar nicht glauben dass die so viele Soldaten haben oder eine Russische Armee ist lange nicht so stark mit Personal hinterlegt wie unsere eigenen. Aber gut, alle bereiten sich auf etwas Großes vor und jeden Tag knallt es irgendwo. Gerade gestern hatte ich erfahren dass die Besatzung Burger bei der ich eine Zeit lang als Richtschütze gefahren bin in ihrem Panzer gefallen ist. Ich weiß ja dass Burger sich beweisen wollte aber ich konnte ihn immer wieder bremsen und aus gefährlichen Situationen heraushalten. Aber was war passiert? Bei dem Gefecht mit Russischen Aufklärern war schon ein Panzer III vernichtet und zwei weiteren waren die Ketten abgeschossen worden. Er bekam den Auftrag die Besatzung zu decken und so lange Deckungsfeuer zu schießen bis Verstärkung eintreffen würde oder die Ketten wieder aufgezogen worden wären. Aber dann hat ihn wohl das Jagdfieber gepackt und er ist weiter gegen den Feind gerollt. Keine Infanterie zur Deckung und keine weiteren Kampffahrzeuge in der Nähe. Das hätte eigentlich zur Entscheidung geführt dort auf jeden Fall stehen zu bleiben und abzuwarten. Eine Truppe Russen hat dann mit Panzerbüchsen den Kampfwagen beschossen und ihn fahruntüchtig gemacht. Den Rest haben dann die Nahkämpfer mit Handgranaten und Brandsätzen erledigt. Keiner kam zurück. Wenn so ein kühner Vorstoß klappt dann ist man ein Held, wenn nicht dann gibt es nur ein Birkenkreuz. Verdammt noch eins er hätte es wissen müssen und nun sind 5 gute Männer gefallen. Mein Kommandant gibt mir den Befehl zu dem nahegelegenen Jagdgeschwader zu fahren um dort seinen alten Schulfreund eine kleine Aufmerksamkeit zu bringen. Er selbst ist zu eingespannt um dort vorbei zu fahren. Im Jagdgeschwader 52 sind die Me 109 auf einem Feldflugplatz im Einsatz und decken den Luftraum um Tscharkow ab. Knapp 30 Kilometer geht es in die Außenbezirke von Tscharkow und im Beiwagen der Kratzschützen ist es nicht gerade gemütlich aber immer noch besser als laufen. Durchgefroren und Schlamm bespritzt komme ich auf dem Flugplatz an. Glücklich haben mir die Motorradkameraden einen Ledermantel und eine Schutzbrille gegeben, dann war es doch nicht ganz so schlimm. Wie ein Westenmess kommt es mir hier vor, Flugzeuge starten und landen kurz hintereinander. Fliegen das muss wirklich was sein. Bestimmt kann ich das mal irgendwo abklären und mit so einer Maschine mitfliegen. Na schauen wir mal. Ich frage mich durch nach dem Freund meines Kommandanten und werde in einem gemütlichen, großen Raum geführt welcher anscheinend das Casino ist. Ein Oberfeldwebel der Luftwaffe in Lederjacke und Pflegermontur, die Mütze schief auf dem Kopf und einen Schal um den Hals kommt dazu. Oberfeldwebel Flotzek stellt er sich vor. Er schaut mich an und muss über meine Aufmachung schmunzeln. Das sieht aber nicht nach einem schwarzen Usaren aus meint er als ich mit dem Schlamm bespritzten Ledermantel vor ihm stehe. Aber er hat Verständnis weil er weiß dass ich mit einem Krat gekommen bin. Sie können den Fahrer zurückschicken. Ich lasse sie nachher mit einem Kübelwagen zurückbringen meint er. Ein sehr freundlicher Oberfeldwebel. Wir setzen uns hin und trinken einen Becher Kaffee zusammen. Ich übergebe pflichtgemäß das Paket von meinem Kommandanten, er legt es zur Seite um es später in Ruhe zu öffnen. Ein Gefreiter bringt noch zwei Stücke Kuchen rein und langsam gefällt es mir bei der Luftwaffe. Er fragt mich wie lange ich schon dabei bin und lässt sich nochmal ganz genau erklären wie ich damals mit Hansen aus dem Panzer gekommen bin. Er kennt also die Geschichte aber er will nochmal meine Version der Ereignisse hören. Nachdenklich schaut er aus dem Fenster, steckt sich eine Zigarette an und gibt mir auch eine. Er fragt mich was ich von dem neuen Hansen halte. Ich verstehe nicht was er meint doch mit ein paar Worten erklärt er mir das er meinen Kommandanten im Lazarett mehrmals besucht hat. Dort wäre ihm aufgefallen dass er sich verändert hat, dass er nicht mehr den Elan hat und vielleicht auch nicht mehr an die Front gehört. Ich versuche auszuweichen und antworte nur mit Ausflüchten. Ich will nichts Falsches sagen. Am Ende bittet er mich auf den Hansen aufzupassen. Ich sollte ihn unterstützen wo ich kann und bei brenzligen Situationen auch mal einen Rat geben oder tatsächlich das Steuer sprichwörtlich herumreißen. Etwas später führt er mich auf das Rollfeld und zeigt mir die Maschinen. Toll wie die Flugzeuge dort stehen und nur darauf warten sich wieder in die Luft zu erheben. Mitfliegen würde ich gern mal, aber bei den Jägern sitzt nur einer drin. Mit einem Kurierflugzeug würde das schon mal gehen und er meint ich sollte mich die nächsten Tage nochmal bei ihm melden. Dann erzähle ich ihm von der May 109 die uns gegen die Russen verteidigt hat. Er lächelt und nun verstehe ich auch den Grund meines Besuches. Eine aus seiner Staffel hat die Russen abgeschossen und mein Kommandant hat durch die Kennung des Jägers gleich gewusst welche Staffel es war. Dafür das kleine Paket als Dankeschön nehme ich an. Ich frage nach dem Piloten der uns beschützt hat und er führt mich zu einer Baracke. Kurze Zeit später kommt ein Feldwebel heraus mit dem EK1 an der Fliegeracke und einer langen Spange aus Gold auf der linken Brustseite. Das ist er, meint der Oberfeldwebel Flotzeck zu mir. Das ist Feldwebel Rungat, unser Teufelskerl. Kommt zurück fast ohne Sprit im Tank und schießt dann trotzdem noch zwei Russen ab bevor er mit nur noch heißer Luft im Tank den eigenen Platz anfliegt. Er grinst mich an und ich reiche ihm die Hand und bedanke mich für die Hilfe. Wir unterhalten uns noch ein wenig und dann gibt es plötzlich Alarm und alle müssen los. Mit einem Schulterklopfen werde ich verabschiedet und dann soll ich mich schleunig zum Kübelwagen bewegen. Zurück nach Scharkow diesmal mit vier Rädern und nicht mit dreien. Toller Tag bei den Jungs von der Luftwaffe und scheinbar tragen die nicht alle eine Krawatte im Flugzeug. Zurück in Scharkow melde ich mich bei den Kratzschützen zurück und gebe Mantel und Brille ab. Mit einem Brief für meinen Kommandanten gehe ich zu unserem Panzer und erkläre meinem Oberfeldwebel was ich erlebt habe. Das nächste Mal würde er mitkommen und seinen alten Freund besuchen. Heute ging es einfach nicht, wegen den ganzen Berichten und Besprechungen. Wieder donnern ein paar Mees über Scharkow hinweg und ich stelle mir vor, dass es die Männer von vorhin sind die wieder und wieder gegen den Feind fliegen. Abends sitze ich im Quartier und schreibe ein paar Briefe an meine Familie und mache noch ein paar Skizzen von Flugzeugen. Die haben es mir nun doch angetan. Tagebuch Ostfront Heeresgruppe Süd 24.03.1942 Das Warten macht einen Mürbe. Überall merkt man das es bald losgehen wird, aber dann bleibt es doch ruhig. Auch wenn wir es hier in Scharkow gut haben, lauert der Russe doch vor den Toren. Meldungen über Truppen, die immer weiter Richtung Scharkow aufgeklärt werden, Züge mit Panzern werden von der Luftwaffe gesichtet und angegriffen, dennoch kommen immer weitere Truppenteile an. Ein genaues Lagebild hat man ja nicht aber der Lohnert hat immer mal wieder Informationen aus denen man sich ein Bild machen kann. Vor ein paar Tagen war er beim Divisionskommandeur und sollte ein paar Unterlagen bei der Divisionsschreibstube abgeben. Dort konnte er einen Blick auf die große Lagekarte werfen. Sehr viel rote Fahnen um Scharkow herum und wir genau in der Mitte. Hauptsache es geht bald los, das Abwarten zerrt an den Nerven. Momentan werden wir kaum als geschlossene Panzereinheit eingesetzt. Vorstoß hier und Begradigung da, kleine Scharmützel mit dem Ivan und immer und immer wieder hin und her. Ich würde mir wünschen dass unser Kommandant von den Lagebesprechungen mit Aufträgen zurückkommt aber scheinbar gibt es nichts zu tun für unsere Isolde. Ich habe das Gefühl wir werden mit Absicht nicht nach vorne geworfen oder der Kommandant lässt die anderen eher fahren als dass er selbst ins Feuer fährt. Ich spreche mit den anderen Rechtsschützen über die Lage und lasse hier und da ein paar Bemerkungen zu unserem Panzer und die wenigen Einsätze fallen. Ein älterer Rechtsschütze aus der Besatzung Oberau meint dann beiläufig, dass der Hansen ja den Schwung verloren hätte. Ich hake nach und nachdem ich doch hartnäckig gebohrt habe erzählt er mir, dass die anderen Kommandanten gemerkt hätten, dass der Hansen nicht mehr der Alte wäre und der sich auch nicht mehr freiwillig für Angriffe meldet, so wie früher eben. Klar wird es auf die Verwundung geschoben aber hier vorne sind wir alle gleich und jeder muss ran. Das gefällt mir gar nicht aber ich werde vorerst nichts zu meinem Oberfeldwebel sagen. Nachdenklich sitze ich über meine Aufzeichnungen und überlege was ich machen soll. Dann knallt die Tür auf und wir sollen uns schleunigst am Gefechtsstand einfinden. Endlich was los, der Russe kommt und wir müssen ran. Etwas später erfahren wir, dass die Division das westliche Donetsufer zurückerobern will. Nein nicht wollen, das muss gemacht werden, damit der Fluss später als natürliches Hindernis in der Verteidigung von Tscharkow eingewoben werden kann. Das verstehe sogar ich und wir machen uns bereit. Am nächsten Morgen um 5 soll es losgehen und wir haben einige Panzer des Regiments für den Angriff zusammengestellt. Noch andere Teile der dritten Panzerdivision sind mit dabei und wir haben eine Menge Kameraden für diese Säuberungsaktion nach vorne geworfen. Mal sehen. Zwei Dörfer sind auf dem Weg zu nehmen und dann noch den Russen bis zum Ufer zurückdrängen. Prost Mahlzeit, das wird ein Tanz. Sicher wird der Ivan sich wieder dort festkrallen und nicht zurückweichen. Kurz nach 5 sind wir soweit, doch wir können nicht los, die Straßen sind derart vereist, dass es noch über anderthalb Stunden dauert bis wir endlich losrollen können. Ich sitze im Turm neben Oberfeldwebel Hansen und spreche mit ihm über den Auftrag. Viel sagt er nicht, schaut immer wieder durchs Fernglas und scheint doch irgendwie nervös zu sein. Kalt ist es noch immer und ich knöpfe meine Jacke ganz zu. Wir sprechen noch über den Einsatz unserer Isolde und dass wir im Schwerpunkt die Infanterie unterstützen sollen. Also wie immer den Ivan aus den Stellungen schießen. Wir vereinbaren, dass ich auch selbstständig auf erkannte Ziele feuern darf ohne einen Feuerbefehl abzuwarten. Das macht schon viel aus und man kann schnell entscheiden was vor der Optik wichtig erscheint und was noch warten kann. Über Funk gibt es den Befehl einzuschwenken und auf das Dorf zu rollen. Keine 5 Minuten später geht der Albtraum auch schon los. Die Russen Ari schickt die ersten Grüße, das Feuer liegt schlecht und wir kommen ganz gut voran. Hier und da wackelt der Panzer und ein paar Splitter und Erdbrocken schlagen gegen den Turm. So rumpeln wir weiter auf das Dorf zu und ich schaue angestrengt durch die Optik. Zack und schon knallt es am Turm. Nicht weit weg von meinem Kopf schlägt was ein prallt aber wieder ab. Dann wieder und noch einmal. Zu klein für eine Pack, aber die werden ja nicht mit Flakgeschützen auf uns feuern. Der Lärm steigert sich, tatsächlich werden wir mit Flakgeschossen überschüttet. Wohl die 37mm der Russen die da auf uns spuckt. Aber die Flakgranaten pflanzen nur beim Aufschlag auf und können nicht durchdringen. Die Ari hat sich nun eingeschossen und die Einschläge liegen gut. Wir müssen näher an das Dorf heran um das Feuer zu unterlaufen. Ich schaue weiter durch die Optik und suche Ziele. Da blitzt es rechts vor uns auf und knapp 100 Meter entfernt liegen Panzerbüchsenschützen im Schnee und feuern auf uns. Ich konnte den Mündungsblitz sehen und melde das über Funk. Ich richte aus, aber lasse den Funker mit dem Bug MG die Schützen unter Feuer nehmen. Das MG rattert und der erste Panzerbüchsentrupp ist ausgeschaltet. Mistdinger diese Büchsen. Frontal können die uns nichts anhaben, aber diese Schützen warten bis sie vorbei sind und feuern dann aufs Heck oder in die Seite. Einige schaffen es zwischen Kette und Oberwanne zu treffen und dann geht so ein Oschi schon mal durch. Angestrengt suche ich nach weiteren Büchsen nästern. Das Artilleriefeuer haben wir hinter uns und nur noch diese Kerle vor uns. Wieder ein Blitz direkt voraus und das Geschoss prallt von der Kanonenblende ab. Diese langen Gewehre müssen von Hand nachgeladen werden, also das wird dauern bis der nächste Schuss fällt. Ich richte die Lücke an wo der Blitz zu sehen war. Bei dem rauen Untergrund ist es schwer das Ziel zu halten. Da sehe ich wie die Büchse durch den Schnee nach vorne geschoben wird. Ohne zu warten feuere ich meine Kanone in die Stellung. Ein Körper wird durch die Luft geschleudert und bleibt halb zerrissen auf dem Schnee liegen. Weiter geht es. Vorwärts, nur vorwärts auf die Stellung zu. Nur kurze Zeit später sind wir auch schon da und der Panzer schiebt sich den kleinen Wall aus Schnee hoch, um dann voraus nach unten zu krachen. Unter den Ketten werden die Panzerbüchsen und die Munition zermalmt. Zwei verletzte Russen kriechen vor uns weg, laufen können die nicht mehr. Ich hoffe, dass unser Funker die beiden erledigt, doch er meldet verschossen und er muss einen neuen Gurt einlegen. Stoisch fährt unser Fahrer auf die beiden zu. Der Kommandant ruft noch laut wir sollen ausweichen, aber scheinbar hat das keiner außer mir gehört. Knirschend überrollen wir mit unseren 25 Tonnen die Verwundeten und fahren einfach weiter. Jens sind am Dorfrand auch Ziele zu erkennen, Flakgeschütze und Ratschbuben feuern auf uns. Wir halten an und ich nehme mir Zeit. Ich visiere das erstbeste Geschütz an. Der Feuerbefehl kommt und schon ist die erste Sprenggranate auf der Reise. Nach dem zweiten Schuss ist das Geschütz ausgeschaltet. Noch weitere 4 Schuss und der Kommandant lässt wieder anfahren. Eine Ratschbuben flog noch in die Luft und wir rollen weiter. Zwei Panzer stehen schon mit Kettentreffern auf der weiten Fläche, aber bis jetzt noch kein Totalausfall. Die Grenadiere ziehen hinter uns vor und aus der Flanke preschen 3 PSW Wildfeuern auf das Dorf zu. Das wird Ablenkung sein, aber der Russe bleibt hart und weicht nicht. Treffer um Treffer kassieren wir. Plötzlich stehen wir und ich schaue runter zum Fahrer. Er ruft nur Graben und tatsächlich, vor uns ist ein knapp 5 Meter breiter Graben. Keine Ahnung ob wir da durchkommen. Wir brauchen jetzt eine Entscheidung, aber wir brauchen diese Entscheidung schnell. Die schießen sich auf uns ein und irgendwann, irgendwann kommt einer durch. Der Kommandant zögert. Er fährt sich über die Lippen. Ich frage laut was er machen will. Wir müssen doch weiter. Der Panzer links von uns dreht ab und fährt quer zur Feuerlinie. Das ist doch Wahnsinn und schon kriegt er einen Treffer in die Seite und qualmt. Und wieder knallt es auf die Turmblende. Ich schreie den Oberfeldwirbel an, er soll endlich was sagen. Nervös schaut er von links nach rechts. Schweiß läuft ihm die Stirn runter. Lange kann das nicht mehr dauern und wir sind auch nur noch ein brennendes Wrack. Mir ist es egal. Ich rufe dem Fahrer zu, er soll durch den Graben fahren. Was kann schlimmer sein als da zu versinken. Nur noch in die Luft fliegen. Mit einem Ruck geht es weiter und der Panzer kippt bedrohlich nach vorne und wir tauchen tief in den Graben ein. Eisreste brechen auf, aber unser Fahrer Günther gibt direkt Vollgas und wir schieben uns durch den Wasserlauf. Kaltes Wasser läuft schon dem Fahrer in den Schoß, aber wir kommen weiter voran. Die andere Seite ist nicht so hoch und quälend langsam schiebt sich Isolde den Rand hoch. Jetzt ist es gefährlich, weil wir unsere Unterwanne zeigen, aber kein Schuss kommt bei uns an. Nun sind wir wieder dran. In voller Fahrt preschen wir auf die ersten Häuser zu. Was dort stand wird gnadenlos zusammengeschossen und der Russe türmt. Aber noch, noch sind wir nicht drin. Die anderen Panzer ziehen nach. Scheinbar kämpfen wir nun alleine im Panzer. Der Kommandant sagt nichts mehr und hält nur das Foto seiner Familie in den Händen. Verdammt nochmal, das ist nicht gut. Wir durchbrechen eine Hauswand und feuern in die Straßen der Stadt. Die Grenadiere sind nun auch da und die Häuser werden ausgeräuchert. Es dauert nicht mehr lange, dann ist das Dorf in unserer Hand. Als wir aussteigen schaue ich mir unsere Isolde an. Überall Treffer und ganz schön ramponiert die Dame. Aber unser Pfarrer Günther hat das gut hinbekommen. Ein Hauptmann der Grenadiere kommt zu uns und schlägt den Kommandanten auf die Schulter. Er bedankt sich, dass wir über den Graben gesetzt haben, sonst wäre er mit seinen Männern nicht rübergekommen. Verletzt ist der Hauptmann und ich frage ihn, ob ich ihn verbinden soll. Das wäre ihm gar nicht aufgefallen, aber er freut sich über die Hilfe. In einer Stunde soll es weitergehen und wir wollen noch schneller einen Becher Kaffee trinken. Der Hauptmann pfeift zwei Obergefreide herbei und kurze Zeit später gibt es heißen Kaffee und Schokolade. Wo die das wohl her haben, ich weiß es nicht. Unser Kommandant lächelt nur angespannt, sagt aber nichts. Ich denke das wird noch ein Nachspiel haben, entweder für ihn oder für mich. Unsere Trossfahrzeuge sind da und wir bekommen Munition für den nächsten Angriff. Da knallt es schon wieder und schlechtes Artilleriefeuer liegt auf dem Dorfkern. Ein Kratmelder kommt angerast und meldet dem Hauptmann, dass feindliche Panzer aus den Flanken angreifen. Aber das kann doch nicht sein, da sollten die anderen noch sichern. Schweinerei. Vorwärts kommen wir jetzt nicht mehr, zurück aber auch nicht. Oberst Grunner gibt Befehl an die Kampfgruppe, dass wir uns einigeln sollen, bis ein Satz kommt. Schöner Mist und wir mittendrin. Ostfront Heeresgruppe Süd 24.03.1942 Wir stecken tief drin. Nachdem der Befehl zum Igeln kam, wurden wir schon an die Ränder des kleinen Dorfes befohlen. Wir hatten die Südseite mit 3 Panzern und fast 100 Infanteristen zu halten. Aus den Trümmern der Häuser und was man so schnell zur Hand hatte, wurden Abwehrstellungen zusammengeworfen, die wenigstens etwas Schutz vor dem Beschuss geben konnten. Gerade waren wir hinter eine niedrige Mauer in Stellung gegangen, da konnte man die T-34 auch schon mit bloßem Auge erkennen. Weiß angemalt und mit aufgesessener Infanterie, die wie Trauben an den Türmen klebten, rollten die Feindpanzer in schneller Fahrt auf uns zu. Der Kommandant schaute durch das Fernglas und sprach sich mit den anderen Kommandanten ab, wer welche Bereiche unter Feuer nehmen sollte. Ich hatte das Auge am Feind und hoffte, dass der Oberfeldwebel Hansen nicht noch mal einen Aussatzer haben würde. Schon knallten die Abschüsse der Panzer III neben uns und wir sahen die Einschläge nahe an den Angreifern. Die T-34 verlangsamten schon ihr Tempo und die Fußsoldaten sprangen ab. Die Schützenpanzerwagen der Grenadierer eröffneten das Feuer mit den MGs und zwangen die brauden Horden in Deckung. Der erste T-34 wanderte in meinen Zielstachel und nachdem ich die Feuererlaubnis hatte peischte der Schuss auch schon zu dem Gegner. Die Entfernung war für die stumme Kanone noch zu groß. Zwar war die Durchschlagwirkung enorm aber auf lange Entfernung doch zu ungenau. Nachgeladen und der zweite Schuss traf dann die Frontplatte des T-34. Er stand sofort aber nichts regte sich. Abwarten, nächstes Ziel anvisiert und weiter ging der Reigen. Mittlerweile waren die Russen schon auf 500 Meter ran und wir wechselten auf Sprenggranaten. Der Angriff brach zusammen. Drei brennende Feindpanzer standen im Vorfeld unserer Stellung und die Russen kamen nicht weiter. Auch das beherzte drauf losstürmen des Ivans brach im gezielten MG Feuer zusammen. Wir stellten das Feuer ein und ließen den Ivan laufen. Munitionssparen war die Losung, wer weiß wie lange wir hier noch festsitzen. Es war schon Nachmittag und mir knurrte der Magen. Heute gibt es nichts warmes in den Bauch, mal schauen was unser Funker noch in der Feldkiste hat. Die Stellung wurden ausgedünnt, zwei Mann im Panzer und jedes zweite MG der Infanterie besetzt. Wir suchten uns eine Russenhütte und versuchten etwas Suppe zu kochen um doch ein bisschen was zu essen zu haben. Brot gab es auch noch und ein großes Stück Speck wanderte in den Topf. Es roch schon sehr gut als wir Motorenlärm hörten. Das klang aber nicht nach Panzermotoren, das waren die Russenflieger. Die Schlachtflugzeuge griffen an und versuchten uns aus den Stellungen zu schießen. Bomben rauschten in das Dorf und alles lag in den notdürftig angelegten Deckungen. Nur unsere 2 cm Flak bellte und schoss Leuchtspur in den Himmel. Einige MG nahmen die Tieflieger unter Feuer, aber bei der einsetzenden Dunkelheit eher ein Glücksspiel. Jagdschutz kam nicht und wir hofften, dass es bald wieder vorbei ist. Ein brennender Ivan stürzte weit vor uns in das Niemandsland. Es wurde wieder ruhig, aber der Russe gibt nicht so leicht auf. Wir sollten auf kleine Stoßtrupps achten die sich im Dunkeln an uns heranpirschen und uns im Nahkampf überrumpeln. Wir hatten einiges an Leuchtmitteln dabei und alle 20 Minuten ging eine Leuchtrakete in den Himmel um das Feuerfeld auszuleuchten. Als ich dann spät auf Wache im Panzer saß konnte man meinen, dass hinter jedem Schneehaufen ein Russe nach vorne kriegt. Die Schatten der an Fallschirmen pendelnden Leuchtmittel spielen einen immer wieder einen Streich. Ich schaute angestrengt durchs Fernglas und da war doch was. Oder auch nicht. Ich prägte mir die Stelle ein und drehte den Turm in die Richtung. An der Optik klebend schaute ich angestrengt auf den Punkt und wahlte auf den nächsten Leuchtfallschirm. Die Rakete schoss nach oben und es wurde taghell vor uns. Tatsächlich sah man dort fast unsichtbar im Schnee einige Gestalten in unsere Richtung robben. Ich meldete lautstark einen Spähtrupp mit Richtung und Entfernung und schoss auf die 200m entfernten Ziele eine Granate ab. Körper wurden hochgeschleudert und einige Gestalten sprangen auf und versuchten zurück zu rennen. Die Leuchtspurgeschosse der Nachbarmgs fraßen sich in die fliehenden Russen und machten dem Spuck ein Ende. Danach blieb es den Rest meiner Wache in meinem Abschnitt ruhig. Rundherum hörte man die ganze Nacht aber immer wieder Gefechtslärm und Explosionen. Nach ein paar Stunden Schlaf wurden wir durch Alarmschreie geweckt, der Große griff wieder an. Wie der Teufel rannte ich zu meiner Isolde und sprang hinein. Kurze Zeit später waren wir komplett und ich sah den Angriffskeil auf uns zukommen. Mörserbeschuss hatte eingesetzt und die Salben lagen im Dorf aber nicht auf unseren Stellungen. Wie der Spie unsere 7,5cm Kanone Feuer und Verderben in die angreifenden Russen. T-34 und BT-7 kamen in schneller Fahrt auf uns zu. Dahinter langsam ein KW-1 der sich kaum für unseren Beschuss interessierte. Wie die Wahnsinnigen stürmten die Russen auf uns zu, MGs ratterten, feindliche Soldaten wurden getroffen, Panzer drehten sich auf der Stelle mit zerschossenen Ketten und dumpfe Explosionen zerrissen die Feindpanzer. Die 2cm Flak griff in den Erdkampf ein und wir hatten das Gefühl den Angriff zu stoppen. Nur der KW-1 schob sich unbeirrt auf uns zu, die Panzerung war einfach zu stark und wir versuchten wieder mal die Ketten zu treffen. Irgendwas musste passieren und da kamen sie, die Stukas. Endlich Hilfe aus der Luft. Die Kette stürzte sich auf die dicken Klopper und die Bomben fielen unter dem Geheul der Sirenen. Wieder und wieder kippten die großen Vögel ab und warfen tot und Verderben in die Angriffsspitze. Als der Verband aus U87 bestehenden Flugzeugen abdrehte waren auch die 3 schweren Panzer zerstört. Hunderte tote Rotarmisten lagen auf dem Gefechtsfeld und weiter als 200 Meter ist keiner an das Dorf herangekommen. Nun müssten die Roten wissen, dass es hier kein Durchkommen geben wird. Mit rauchgeschwärztem Gesicht stieg ich aus dem Panzer und jetzt erstmal was essen. Etwas Brot und heißer Kaffee machte den Morgen dann doch schon besser. Gegen Mittag gab es die Parole, dass Entsatz auf dem Wege sei und tatsächlich sahen wir im Westen am Nachmittag Rauchwolken und Gefechtslärm. Gegen 15 Uhr sahen wir dann die Panzerspitzen auf uns zuhalten und freuten uns auf unsere Verstärkung. Aber eine Rückfahrt Richtung Scharkow war nicht zu denken. Die zweite Kampfgruppe sollte mit uns zusammen weiter zum Donets vorstoßen. Wir nahmen die Verstärkung im Dorf auf und es gab Verpflegung und Munition vom Tross. Abmarsch aller Kampfeinheiten am nächsten Morgen um 5.30 Uhr. Befehl war der Vorstoß auf das nächste Dorf und dann weiter bis zum Ufer. Dann die linke und die rechte Seite sichern und vom Feind säubern. Na das kann ja was werden. Es gab an dem Abend keine Angriffe mehr und da der Russe mit Sicherheit wusste, dass unser Kampfverband fast doppelt so groß war, griff er nicht mehr an. Die Nacht verlief ruhig und bis auf kleine Artillerieangriffe nichts was der Rede wert wäre. Ich schlief nicht so gut die Nacht, wenn man eingekesselt ist macht man sich schon einige Gedanken. Sorgen machte ich mir auch über meinen Kommandanten, der hat die Lage nicht so gut weggesteckt wie ich es mir erhofft habe. Aber ein Gespräch würde ich jetzt nicht suchen, erstmal raus aus diesem Hexenkessel. Gegen 4 Uhr morgens machten wir uns bereit für den weiteren Vorstoß. Alles war bereit zum Abmarsch und wir bildeten 3 Kampfgruppen mit jeweils 6 Panzern und weiteren Fahrzeugen der Infanterie. Vorsichtig waren die Aufklärer schon vor uns aufgebrochen um etwaige Überraschungen auszuschalten. Nach 30 Minuten rauschten auch schon Artilleriegeschosse über uns hinweg Richtung Feindesland. Sicher haben die Panzerspehwagen schon was gesichtet. Etwas später kamen wir an einer zerstörten Packstellung vorbei wo 8 Geschütze gut getarnt auf uns gewartet haben. Zum Glück waren die Aufklärer auf Zack und haben die Lage bereinigt. Weiter ging es zum Ufer, kann ja nicht mehr so weit sein. Wir sicherten nach allen Seiten aber da wir die rechte Angriffsspitze waren konnte von links ja nichts kommen, so dachten wir. Wir kamen nur langsam voran weil Schnee und Matsch sich abwechselten und unsere Panzer sich durch das schwierige Gelände durchwühlen mussten. Wir hatten noch knapp 4 Kilometer vor uns, da ging es schon wieder los. Artilleriefeuer regnete auf uns herab und wir konnten in der Ferne die Abschussblitze der vermeintlichen Panzerabwehrgeschütze sehen. Das sah aus wie Packfeuer aber mir kam das irgendwie doch spanisch vor. Angestrengt schaute ich durch die Optik und tatsächlich die Russen hatten große Löcher gegraben und die T-34 dort hineingefahren bis nur noch der Turm herausschaute. Die sind schwer zu knacken und da konnten wir nicht frontal angreifen. Schöner Mist, wir schossen einige Granaten in die Richtung und nebelten dann erstmal um uns aus der Schusslinie zu ziehen. Die müssen wir umgehen und von der Seite angreifen. Das ist was für unsere Isolde. Tagebuch Ostfront 26.03.1942 Wir mussten von der Seite ran. Die Russen hat sich das gut ausgedacht und die T-34 waren clever getarnt und standen tief in ihren Gruben. Die Luftwaffe konnte die Ziele nicht ausmachen und mit der Artillerie war da auch nicht viel zu tun. Nun gut, wir versuchten einen großen Bogen zu fahren und zogen uns Richtung Süden von der Bedrohung weg. Mit uns fuhren noch zwei Panzer III und einen Schützenpanzerwagen mit Pionieren falls wir noch auf weitere Überraschungen stoßen sollten. Die restlichen Panzer, unsere Angriffskolonne, blieben so am Feind, dass die Russen dachten wir würden die ganze Zeit frontal angreifen. Der Gefechtslärm wurde weniger und wir wussten noch nicht wie weit wir diese gut verteidigte Stellung umfahren mussten. Laut Karte wären es knapp zwei Kilometer und dann könnten wir auch wieder Richtung Osten drehen. Ein Waldgebiet war zu sehen und auch das gefiel mir gar nicht. Aber es half ja nichts wir mussten weiter. Unser Kommandant meldete unsere Position dem Kampfgruppenkommandeur und wir sollten weiter den Gegner umfassen koste es was es wolle. Wir rumpelten auf einem schlechten Waldweg in diese Tannenschonung hinein und es dauerte nicht lange und die ersten Geschosse trafen unseren Panzer. Nur kleine Kaliber und keine Bedrohung für unseren Panzer. Aber wohl fühlt man sich damit auch nicht. Die Pioniere hatten da schon mehr Probleme. Im Wald kämpfen ist ein Graus. Man kann kaum weiter als 20 bis 50 Meter sehen und in jedem Baum kann der Iwan sitzen. Wir feuerten aus dem Bug MG ein paar Salve in die Richtung der vermuteten Bedrohung und fuhren einfach weiter. Die Pioniere in ihrem Schützenpanzerwagen hatten ihre MG bereit und schossen in die Bäume. Hier und da fiel ein Russe aus den Baumkronen und nach ca. 1000 Metern hörte das Feuer auf. Als sie aus dem Waldstück heraus kamen griffen die Russen an. Ein Skibataillon kam angesaust und wollte uns tatsächlich ohne schwere Waffen aufhalten. Klar können die uns in Bedrängnis bringen aber eine gut eingespielte Angriffsformation aufhalten? Niemals. Ich nehme an, dass es für die auch keinen Weg mehr über den Donners gab und so war der Angriff eher eine Verzweiflungstat. Wir gingen in Keilformationen und ließen den SPW in der Mitte. Sprenggranaten sausten auf die Schneehemden zu und zerrissen Mensch und Material. Dazwischen die Perlenschnür der Pionier MG´s, die sich in die Leiber der vorstürmenden Russen gruben. Wir fuhren einfach weiter, sie konnten uns nicht aufhalten. Einige Wagemutige versuchten uns mit Handgranaten anzugreifen aber im Kreuzfeuer der Panzer erbrachen auch diese Versuche unter schwersten Verlusten zusammen. Wir fuhren weiter durch ein Feld aus Toten und verwundeten Rotarmisten und hielten erst an als wir in einen großen Erdwall kamen. Wir versuchten uns anhand der Karte ein Bild zu machen wo wir nun genau waren und tatsächlich hatten wir es dann doch fast bis zum Fluss geschafft. Jetzt müssten wir nach Norden eindrehen um den Gegner an der Flanke zu packen oder vielleicht sogar von hinten. Wir überquerten den Erdwall und sahen schon in der Ferne Qualmaufsteigen. Das schien der richtige Weg. Weiter ging es und knapp 30 Minuten später konnten wir schon die bellenden Panzerkanonen der T-34 hören. Die rechnen wohl nicht mit uns und glaubten sich in Sicherheit. Ein Hohlweg öffnete sich für uns und wir konnten in der Deckung immer weiter an die Abwehrstellung der Russen heranfahren. Hier ging es dann doch etwas bergab zum Fluss aber der Bereich sah befahrbar aus, also wagten wir es. Dann sahen wir eine Mörserstellung der Russen, wo in heftiger Betriebsamkeit Granate um Granate gegen unsere Angriffsspitzen geschleudert wurden. Der Feuerbefehl kam und der erste Treffer ließ das Munitionslager der Russen in die Luft fliegen. Die Druckwelle schleuderte alles durcheinander und als ich wieder hinschaute stand kein Mörser mehr an seinem Fleck. Das war wie ein Handstreich Gottes und wir preschten weiter vor. Zwei Panzerabwehrkanonen wurden ausgemacht, die aber nicht in unsere Richtung zielten. Die Panzer III machten kurzen Prozess und mähten die verdutzten Bedienungen einfach nieder. Weiter, nur weiter, das Überraschungsmoment ausnutzen. Wir mussten die T-34 in ihren Gruben erwischen. Wenn die Dinger dort rausfahren und uns angreifen, dann wird es hässlich. Die Russen waren zu überrascht um die Gegenwehr zu organisieren. Wir stießen weiter vor und aus zwei Russenhütten kamen scheinbar hohe Offiziere gelaufen, die mit schreckensgeweiteten Augen auf unsere Panzer schauten. Keine Zeit für Gefangene, einige MG gaben in die Richtung und wer noch stand lief wie der Teufel davon. Jetzt brach die Hölle los, Handgranaten flogen in unsere Richtung, MGs hämmerten gegen den Turm und wir feuerten aus allen Rohren. Die Pyomire waren mittlerweile abgesetzt und kämpften zu Fuß gegen den wilden Haufen russischer Soldaten. Einer unserer Panzer schien einen Schaden am Laufrad zu haben und blieb zurück. Er deckte die Pioniere und wir fuhren weiter. Um eine Biegung herum und da sah ich die Boxen. Tiefe Gruben die hinten offen waren, sodass die T-34 ganz hineinfahren konnten. Gut getarnt gegen Fliegersicht, nur der Turm schaute heraus und das 76mm Geschütz feuerte in Richtung Westen. Die haben noch immer nicht gemerkt, dass wir da sind. Wir nahmen uns den zweiten Panzer in der Reihe vor. Den ersten ließen wir für den folgenden Kameradenpanzer. Granate ins Rohr, Ladeschütze meldete fertig geladen und der Feuerbefehl kam im gleichen Augenblick. Das 75mm Geschoss drang ins Heck des Feindpanzers ein und in einer Urgewalt wurde der Turm vom Panzer gerissen und flog in hohen Bogen vor die Stellung. Ein Feuerstrahl schoss gen Himmel und wir fuhren einfach weiter. Der Panzer III hatte zwei 5cm Granaten ins Heck des ersten T-34 geschossen, auch der brannte und aus den Luken sprangen menschliche Fackeln, um im Feuer der Infanteriewaffen zu sterben. Verbrennen oder erschossen werden, gibt es einen angenehmen Tod? Daran wollte ich nicht denken. Wir waren am Drücker und wir hatten noch nicht gewonnen. Alles lief wie in Zeitlupe, der Schweiß tropfte von der Stirn, der Qualm im Panzer war gewaltig, aber es musste weitergehen. Wir nahmen uns den vierten Panzer vor. Der hat nun auch den Braten gerochen und drehte den Turm nach hinten. Also er versuchte es, aber der Erdwahl links und der Erdwahl rechts behinderten ihn und so konnten wir auch den erledigen. Mittlerweile waren vier Feindpanzer ausgeschaltet und der fünfte und letzte schien einfach nicht zu feuern. Egal, auch der bekam eine Granate ins Heck und brannte. Wir hatten uns schon fast verschossen, MG Munition wurde knapp und für die 7,5 war auch nicht mehr viel da. Wir stoppten und sicherten unsere Position. Unser Kommandant steckte vorsichtig den Kopf aus der Luke und wagte einen schnellen Rundblick. Kein Schuss fiel. Über Funk meldeten wir die Einnahme des Sperrregels und damit war unser Teil des Ufers fest in deutscher Hand. Unsere Angriffsspitzen rückten vor und wir trafen uns dann am Fluss. Wir sicherten weiter bis die Infanterie nachzog und waren froh, dass wir nun endlich eine Sicherungskette hatten. Es wurde alles durchsucht und die letzten Russen zusammengetrieben. Drei Abschüsse mehr auf dem Konto, der Alte kann zufrieden sein. Mein Kommandant schien auch wieder bei der Sache zu sein, alles klappte und es gab keine Probleme. Ich hoffte das es so bleiben würde und fragte mich, wohin uns dieser ganze Krieg noch führen würde. Die brennenden Panzersoldaten der Russen hatten sich mir eingeprägt, das sollte mir nicht passieren. Da würde ich schon lieber selber Schluss machen als unter Höllenqualen im Panzer zu verbrennen. Wir hatten aufmunitioniert und Treibstoff bekommen. Ein paar Russen waren abgeteilt, um uns beim Umladen zu unterstützen. Es waren auch Panzersoldaten, ganz junge Kerle, die noch nicht mal Barthaare hatten. Ganz verängstigt schauten sie uns an und unser Funker gab die Anweisung auf Russisch. Er konnte sich ganz gut verständigen und später gaben wir den Jungs ein paar Zigaretten. Danach wurden sie auch gesprächiger und wir erfuhren, dass die Panzer alle nicht mehr voll funktionsfähig waren und deswegen auch dort eingegraben wurden. Nun waren die aber auch nicht mehr zu Gebrauch. Wir sahen schweigend zu, wie die Russen ihre toten Kameraden oder was davon noch übrig war aus den zerstörten Panzern zogen. Plötzlich gab es Tumult und ein wildes Geschrei, gefolgt von Schüssen und dann einer MG-Gabe. Als ich über die Anhöhe schaute, lagen ein paar tote Russen knapp 50 Meter von den restlichen Gefangenen entfernt am Boden. Dahin gemäht von den Sicherungs-MGs der Schützenpanzerwagen. Schnell klärte sich auf, dass die gefangenen Rotarmisten Offiziere versucht haben zu fliehen. Wir wussten auch nicht so genau, was wir davon halten sollten. Aber nachdem wir nochmal mit unseren Hiwis gesprochen hatten, war die Sache klar. Lieber tot als gefangen, das war die Devise der Offiziere. Scheinbar haben auch die schon die Schauermärchen gehört, dass wir bösen Deutschen die Gefangenen alle erschießen. Wie auch immer, die haben ihren Weg gewählt. Ich sprach später mit den Feldjägern und bat darum, die beiden jungen Panzermänner der Russen als Hilfswillige bei uns zu behalten. Die meinten nur, wenn unser Zugführer da keine Einwände hätte, dann wäre das schon in Ordnung. Somit hatten wir zwei junge Russen die für uns kleinere Aufgaben erledigen konnten. Wir schickten sie erstmal mit dem Tross zurück und die schienen auch gar nicht so unglücklich zu sein. Also machten wir uns auf den Weg zurück nach Scharkow, diesmal den direkten Weg und diesmal ohne Kampf. Ich war müde und saß auf dem Turm. Warme Sonnenstrahlen die den kommenden Frühling ankündigten wärmten unsere Gesichter und wir freuten uns auf unsere Unterkunft. Tagebuch Ostfront 30.03.1942 Der März neigt sich dem Ende zu und ein Hauch von Frühling stellt sich ein. Wir liegen noch immer in Scharkow und die Umgruppierung sowie die Neuorganisation des Regiments steht an. Neue Kompaniechefs trafen ein und Besatzungen kommen als Ersatz nach vorne. Da wir uns hier gut eingerichtet haben ist es kein so schlechter Ort an der Ostfront. Trotzdem ist die Lage noch immer ernst. Immer wieder drückt der Russe und scheinbar will er unbedingt die Stadt zurück haben. Er sucht weiterhin weiche Stellen in der Verteidigung aber bekommt immer eine blutige Nase. Wir sind noch immer die Feuerwehr der Infanterie aber mittlerweile haben wir uns daran gewöhnt und arbeiten gut mit den Infanteristen zusammen. Alle zwei Tage müssen wir ran um den Gegner abzuweisen oder einen Einbruch abzuriegeln. Da hat unsere Isolde doch ein dickes Fell und wir können mit unserer Kurzkanone schon ordentlich was bewegen. Aber es ist nicht immer nur alles eitel Sonnenschein. Panzer werden getroffen und liebgewonnene Kameraden werden verwundet oder sterben. Vor ein paar Tagen standen mehrere Zugführer zusammen und berieten über das weitere Vorgehen und ein Glückstreffer der Russen ließ eine Granate genau zwischen die Männern niedergehen. Vier Tote und drei schwerst Verwundete war der Preis. Das können wir uns auf die Dauer nicht leisten. Gute Führungsoffiziere und alte Oberfeldwebel mit monatelanger Ostfronterfahrung sind Mangelware. Die Artillerieüberfälle vom Ivan sind immer schlimm und kosten viel Blut. Die Luftwaffe schmeißt eine Stellung nach der nächsten zu Klump aber die scheinen wie Pilze aus dem Boden zu schießen. Der Obergefreide Lohnert und ich sind mittlerweile schon ganz dicke. Fast jeden zweiten Tag treffen wir uns und reden über dies und über das. Unser Fronttheater, die Panzersprenggranate ist auch wieder komplett und auch immer wieder einen Besuch wert. Gerne auch mal mit einer Flasche Wein oder auch zwei. Der Lohnert, also sein Vorname ist Ferdinand, ist am meisten im Organisieren. Dann hat er mal wieder einen Auftrag und fragt mich ob ich ihn begleiten will. Klar klappt das und ich melde mich bei meinem Kommandanten auf Besorgungsfahrt ab. Mit einem Krat geht es los durch Scharkow und in den rückwärtigen Bereich. Zur Schießbude wie Ferdi immer meint. Aber es sind natürlich die schweren Artilleriegeschütze hinter der Front. Da wollen wir hin. Irgendwas abholen für den Hauptmann und auf dem Weg auch ein klein wenig organisieren. Zehn Kilometer geht es über die Straßen bis zu den großen Geschützen. Über eine große Holzbrücke müssen wir rüber und die Feldjäger dort kontrollieren uns natürlich auch. Das ist auch gut so, denn dann kann da keiner durchschlüpfen. Als wir dort ankommen werden wir freundlich begrüßt. Ferdi geht zur Schreibstube und bittet einen alten Unteroffizier mir die langen Linger zu zeigen. Ich bekomme eine Führung zu den Stellungen und lasse mir die riesengroßen Feldhaubitzen erklären. Die Kanoniere hier haben auch kein schlechtes Leben, so weit hinter der Front ist die Versorgungslage immer gut. Nach zwei Stunden werden wir noch gut verpflegt mit Linsensuppe und ordentlich Fleisch drin, das lasse ich mir gefallen. Am frühen Nachmittag geht es zurück und Ferdi drückt aufs Gas. Der Wind weht einen um die Nase und besser kann es heute nicht sein. Wir flitzen wieder auf die Brücke zu und Ferdi drosselt die Maschine runter, da die Brücke immer nur für ein Fahrzeug passierbar ist. Als wir auf der Brücke sind kommt von vorne ein Kübelwagen angeschossen und scheint uns nicht zu sehen. Die Kettenhunde furchteln aufgeregt mit den Armen, scheinbar haben die Halunken dort auch nicht angehalten. Das wird eng und wir versuchen auf uns aufmerksam zu machen. Im letzten Moment sieht uns der Fahrer und tritt auf die Bremse, zu spät und wir durchbrechen im letzten Drittel der Brücke die Absperrung und stürzen in die Böschung. Ich werde aus dem Ballwagen geschleudert und lande unsanft in einem dicken Dornenbusch der mir das Gesicht zerkratzt. Leicht benommen wühle ich mich aus dem Gestrüpp und suche Ferdi. Die Maschine liegt kopfüber im Bach und qualmt. Zwischen den Steinen liegt der Lohnert, die Augen gen Himmel gerichtet und der Blick starr. Taumelnd steige ich zu ihm runter und fühle den Puls. Nichts. Ich schreie ihn an er solle aufwachen. Nichts. Das Blut läuft ihm aus dem Schädel und nun sehe ich auch das da nichts mehr zu machen ist. Ferdi ist tot. Trauer überkommt mich. Tränen steigen mir in die Augen und ich sacke auf den Stein zusammen. Als ich die Hände vom Gesicht nehme sind diese voller Blut. Das wird mein eigenes sein. Egal. Ferdi ist tot. Ich höre die Rufe der Feldjäger die auf der Brücke stehen. Einer von ihnen klettert runter um mir zu helfen. Ich schreie ihn an ob er diese Schweinerei gesehen habe. Der Saukerl im Kübelwagen. Der hat den Lohnert auf dem Gewissen. Mir laufen die Tränen runter und ich klettere wie im Rausch die Uferböschung hinauf. Meine Uniform ist verdreckt, der Ärmel ist aufgerissen, das Blut läuft mir über das Gesicht und ich schmecke es in meinem Mund. Als ich oben ankomme will mich ein Feldjäger versorgen. Ich schäbe den zur Seite und stürze mich auf den Kürbelwagen, der immer noch auf der Brücke steht. Ein Leutnant und ein Unteroffizier sind dort am Wagen. Ich gestikuliere, ich schreie, ich schreie die beiden an wer gefahren ist. Als ich näher komme stellt sich der Unteroffizier schützend vor seinen Leutnant und meinte es wäre ein Unfall. Ich gebe keine Ruhe und der Leutnant schaut mich mit glasigen Augen an und stützt sich am Wagen ab. Jetzt rieche ich auch beim Unteroffizier Alkohol, die sind besoffen die Drecksäcke. Die Feldjäger gehen dazwischen und versuchen zu vermitteln. Da gibt es nichts zu vermitteln. Ich frage noch mal lautstark wer gefahren ist und der Leutnant raunst mich an ich solle erstmal Haltung annehmen. Er wäre gefahren und er ist sich keiner Schuld bewusst. Sein Unteroffizier, auch leicht angeheitert hält mich zurück. Die Feldjäger gehen dazwischen und versuchen mich zu beruhigen. Ich bekomme mich unter Kontrolle, aber das wird ein Nachspiel haben. Kurz darauf scheine ich mich wieder gefasst zu haben und drehe mich weg von dem Leutnant. Da höre ich noch wie er zu mir meint, dass die Panzermänner doch lieber kein Motorrad fahren sollten, das könnten die eh nicht. Da platzt mir der Kragen, ich drehe mich um und versuche den Leutnant zu packen. Ich komme nicht ganz ran, aber in dem Handgemenge geht der Betrunkene Leutnant zu Boden. Alle schauen mich entgeistert an und die Feldjäger haben mich endlich im Schwitzkasten. Einen Offizier angreifen, das war keine gute Idee. Die Feldjäger zerren mich weg zu einer kleinen Hütte und sperren mich in einem Raum ein wo nur ein Tisch und ein Stuhl steht. Hier soll ich warten, hier habe ich Zeit über alles nachzudenken. Was für eine Schweinerei. Fair die Tod, weil der Scheisskerl besoffen gefahren ist. Das ist nicht fair. Ein alter Feldwebel der Feldjäger kommt zu mir und bringt mir Kaffee und Zigaretten. Er setzt sich zu mir und zaubert einen Flachmann aus dem Mantel. Ein kräftiger Schluck hilft aber auch nicht. Er kann mich gut verstehen und er weiß auch, dass der Leutnant Mist gebaut hat. Aber ich kann nur hoffen, dass es für mich kein Nachspiel hat, aber was ich gemacht habe kann mich in Teufels Küche bringen. Hilft aber auch nichts, das war es mir wert. Was soll denn schon passieren? Ich soll wieder an die Front, dass ich nicht lache. Kurze Zeit später steht mein Hauptmann vor mir. Er will Lohnert abholen und mich in den Arrest des Regiments bringen. Ich melde mich bei ihm und ich kann mir nicht verkneifen mein Unmut über die Situation in meine Meldung hinein zu legen. Viel sagt er nicht, der Hauptmann. Schaut nur nachdenklich in mein Gesicht. Er lässt einen Sunny holen und ich werde mit Pflastern und Kopfverband versorgt. Später laden wir Lohnert auf den LKW und das beschädigte Krat bleibt noch bei den Feldjägern. Stumm geht es zurück zum Regiment. Ich bin mir auch bewusst, dass ich eine Strafe bekomme, aber ich hoffe der Leutnant wird erst recht dafür bestraft. Ich will mit dem Hauptmann sprechen, aber er deutet mir an die Klappe zu halten. Auch er trauert um Lohnert, die beiden waren schon seit Frankreich zusammen. Sicherlich nicht einfach für ihn, auch wenn da einer ein Hauptmann ist und der andere nur der Obergefreite. Kameradschaft schlägt eben Brücken über die Dienstgrade hinaus. In Scharkow angekommen habe ich mich bei meinem Kommandanten zu melden und soll um 18 Uhr wieder zu der Sache im Stab verhört werden. Hat sich wie ein Lauffeuer rumgesprochen und mein Oberfeldwebel kann mich gut verstehen, dass ich dort durchgedreht bin. Aber einem Offizier in die Wäsche gehen, das ist nicht gut. Ich weiß ja nicht mal ob ich den Mistkerl wirklich zu fassen bekommen habe, ich glaube der ist einfach nur umgefallen weil er zu betrunken war. Später sitze ich in der Schreibstube, ein Leutnant befragt mich ausführlich, der gefreite Schmidt, Lohnerts rechte Hand in der Schreibstube, hält traurig fest was ich erzähle. Rauchen steht der Hauptmann in der Ecke und schaut hinaus. Scheinbar ist der Unfallfahrer jemand mit Beziehung nach Berlin, also werden sie dem nicht die Schuld für den Unfall geben. Mir ist das egal, ich gebe alles so wieder wie es passiert ist, ohne Wenn und Aber. Als es dunkel wird will mich der Hauptmann wegschicken. Erstaunt frage ich ihn ob ich nicht in den Arresten müsste. Er schüttelt den Kopf, meint dann aber, ich sollte noch mal warten. Auf seinem Schreibtisch holt eine Flasche französischen Cognac heraus. Er stellt ihn auf den Tisch und schaut nachdenklich die Flasche an. Die wollten Lohnert und ich leer machen, wenn der Krieg hier in Russland vorbei ist, meint er mit einem Seufzer in der Stimme. Für Ferdi ist der Krieg vorbei, also trinken wir die Flasche aus. Später liege ich in meiner Unterkunft und das Blut rauscht mir im Kopf umher. Die Verletzungen sind nicht mehr zu spüren, das schafft schon der Alkohol. Aber der Schmerz tief in mir drin, den kann nur der Schlaf betäuben. Tagebuch Ostfront Heeresgruppe Süd 5. April 1942 Die Tage ziehen dahin und ich bin immer noch sehr traurig über den Verlust von Ferdi. Ich habe auch keinen Arrest mehr bekommen, weil es einfach zu wenig Personal für die ganzen Aufgaben gibt und somit kann ich weiter bei meiner Isolde bleiben. Der Panzer ist schon seit drei Tagen in der Instandsetzung, da er bei einem Artillerieüberfall einen großen Splitter in den Motorblock bekommen hat. Nun schrauben die wieder alles zusammen damit sie wieder rollt. Es ist wirklich kaum vorstellbar was diese Panzermonteure da leisten. Irgendwie kriegen die alles wieder hin und nur absolute Totalausfälle werden zurück ins Reich geschickt. Den Rest flicken die immer wieder zusammen oder bauen aus den wenigen Ersatzteilen etwas Neues zusammen. Findige Burschen sind das und ohne die wären wir schon lange nicht mehr einsatzbereit. Wieder muss ich zum Hauptmann, diesmal kommt mein Kommandant mit. Er will wohl für mich ein gutes Wort einlegen aber ich denke der Hauptmann weiß schon was los ist. Aber auch er hat seine Vorgaben und der Vorwurf gegen mich lastet immer noch schwer. Wir sitzen zusammen in seinem kargen Arbeitszimmer in einer alten Schule in Scharkow. Hier wird schon lange kein Unterricht mehr gehalten. Nachdenklich schaut der Hauptmann die Papiere durch und scheint zu überlegen was aus der ganzen Sache noch wird. Mein Oberfeldwebel rutscht nervös auf dem Stuhl hin und her. Ich denke er ist wohl bange dass er auch unter meinen Taten leiden muss oder dass er seinen Richtschützen verliert. Nach einer gefühlten Ewigkeit schaut der Hauptmann mich an und meint dass es da doch noch einen Ausweg gibt. Wenn wir also Ferdi und ich die Schuld auf uns nehmen dann gibt es kein Verfahren. Der Leutnant wird nicht wegen Trunkenheit zur Rechenschaft gezogen und ich komme ohne Bläsuren davon. Der Leutnant würde dann die Handgreiflichkeit vergessen. Scheinbar machen seine Freunde in Berlin schon langsam Druck auf das Regiment. Verdammt noch eins das ist nicht in Ordnung. Vorsichtig frage ich nach was genau passiert wenn ich mich dazu nicht bereit erkläre. Nach einer langen Pause setzte Hauptmann an und was er da sagt das gefällt mir nicht. Gerichtsverfahren vor einem Feldrichter, möglicherweise Aburteilung und Strafversetzung in ein Bewährungsbataillon. Das wäre dann eine Infanterieeinheit und die Chancen das heil zu überstehen sind 100 zu 1. Wütend schaue ich meinen Oberfeldwebel an der mir rät die Schuld auf mich zu nehmen. Ich würde so oder so den Kürzeren ziehen. Ich möchte gerne wissen ob ich eine Bedenkzeit habe, aber der Hauptmann meint es wäre schon ein entgegenkommen, dass ich überhaupt eine Wahl hätte. Was für ein Riesenmist. Es hilft nichts, ich will das nicht und ich schüttle den Kopf. Das mache ich nicht und das kann ich nicht. Nun wird es gefährlich denn der Hauptmann steht abrupt auf und schlägt mit den Fäusten auf den Tisch das die Kaffeebecher hochfliegen. Wütend schaut er mich an und mein Kommandant wird scheinbar immer kleiner neben mir. Nun platzt es aus dem Hauptmann heraus. Ob er noch einen guten Mann verlieren soll. Reicht es nicht das Lohnhardt schon nicht mehr hier ist. Sicherlich ist das alles nicht in Ordnung, aber nun den Helden spielen das findet nicht statt. Er verlangt von mir das ich unterschreibe und das ich so beim Regiment bleibe. So wütend habe ich ihn noch nie gesehen, aber ich denke auch es geht ihm immer noch um Ferdi. Ich nehme den Stift mit zitternden Händen und unterschreibe. Danach sind wir beide entlassen und gehen zurück zur Unterkunft. Ich akzeptiere es, aber irgendwann, so hoffe ich, treffe ich diesen Trunkenbold von einem Leutnern wieder und dann gibt es eine heftige, deftige Abreibung. Am Abend fühle ich mich noch immer unwohl. Es ist als ob ich Ferdi verraten habe. Am nächsten Tag gehen wir zur Panzerwerkstatt zurück und schauen nach unser Isolde. Noch einen weiteren Tag dauert das bis unser treuer Stahlkoloss wieder fahrtüchtig ist. Nun gut, dann warten wir noch einen Tag. Am nächsten Morgen holt mich Unterwizier Lange aus der Instandsetzung ab und meinte ich sollte mit ihm das Motorrad vom Unfall holen. Wir klettern in einen LKW und Düsen los. Es wird immer wärmer und wir haben Glück, dass die Straßen um Scharkow doch recht gut ausgebaut sind. Nach einiger Zeit und zwei Zwischenstopps bei anderen Einheiten kommen wir an der Brücke an. Das Motorrad steht noch immer schwer beschädigt bei dem Wachhäuschen der Feldjäger. Der Unterwizier Lange klärt die Papierlage und das wir das Gespannen mitnehmen können. Große Transportschienen legen wir an die Ladefläche des LKWs und mit vereinten Kräften versuchen wir die Maschine auf den LKW zu bekommen. Die Kettenhunde erkennen mich und fragen mich wie es steht. Natürlich wissen die was läuft und ich erkläre ihnen was ich nun unterschreiben musste. Der alte Feldwebel meint nur das Scheiße ja immer nach unten fällt und ich kann dazu nur nicken. Dass es so ausgeht das haben die sich schon gedacht. Der Bericht der von den Feldjägern zum Unfall geschrieben worden ist kam wieder zurück und sollte nochmal erstellt werden. Diesmal mit anderen Vorgaben. Soweit reicht also der Einfluss von Ferdys Mörder. Ich frage nach dem Namen des Leutnants doch ich bekomme den nicht. Nur das es ein von irgendwas war und die Einheit. Das sollte doch festzustellen sein. Am späten Nachmittag kommen wir zurück und bringen die Maschine zur Werkstatt. Ganz schön mitgenommen meint der TO im Werkstattzug aber die kriegen wir auch sicherlich wieder hin. Endlich haben wir unsere Solde wieder und wir machen uns bereit für den nächsten Einsatz. Beim Laden der Munition helfen uns die Hiwis und man merkt das die Burschen mit Freude bei der Arbeit sind. Ich stelle mir vor wie es wäre wenn ich beim Russen sitzen würde und Munition in die T-34 lade damit meine Kameraden in Fetzen geschossen werden. Ich denke das würde ich nicht können, mein Gewissen würde sich da melden. Aber die Hiwis hier haben sicherlich auch ihre Gründe und sie machen ihre Arbeit gut. Beim Aufmunitionieren kommt ein Leutnant aus dem Stab vorbei. Er müsste mich kurz sprechen und nimmt mich zur Seite. Er erklärt mir das ich aufgrund des Unfalls und meiner Schuld daran nicht zum Unteroffizier vorgesehen bin und bis auf weiteres den Dienstgrad Obergefreiter behalten werde. Ich merke das es ihm nicht viel Freude macht mir das mitzuteilen, aber das sowas noch kommt das habe ich mir schon gedacht. Militärisch korrekt bedanke ich mich für die Informationen und kann dann wieder an meine Arbeit gehen. Die Besatzung hat natürlich mitbekommen was passiert ist aber ich lasse mir nichts anmerken. Das muss ich nun einfach schlucken und weitermachen. Der Funker meint noch bei meinem Schneid wird das bestimmt bald eine Beförderung für Tapferkeit vor dem Feind geben. Wir grinsen alle darüber aber man hört so einiges über Feldbeförderungen. Mannschaften werden wegen Tapferkeit zum Unteroffizier befördert und Feldwebel zum Leutnant. Natürlich auch weil es nach unzähligen Angriffen kaum noch Unteroffiziere und Offiziere gibt. Das ist aber eher bei der Fußtruppe zu finden. Bei uns Panzerleuten sind wir ja immer eine Besatzung, eine Einheit. Es geht wieder los. Und wieder ging es in die Außenbezirke von Scharkow. Überall drückte der Russe gegen unsere Linien. Es ging um kleine Anhöhen, strategische wichtige Dörfer und kleine Durchbrüche. Kleine Scharmützel, aber die Vorzeichen für etwas Großes. Immer mehr Verbände, Treibstoff und Munition wird nach vorne gebracht. Flieger immer über uns und die Artillerie schlägt vernichtend zwischen die Russen Stellung. Gestern waren wir mit den Infanteristen unterwegs und sollten einen Einbruch abriegeln. Mit zwei Panzer F4 preschten wir vor und schossen alles zusammen was sich zeigte. Die Gegenwehr war erbittert aber endlich musste der Russe doch zurück und wir konnten den Einbruch abriegeln. Zwei beschädigte Schützenpanzerwagen konnten aus eigener Kraft nicht mehr zurück und wir bereiteten alles vor um die beiden in Schlepp zu nehmen. Alle Verwundeten wurden dort hineingelegt damit wir die mit nach Scharkow bringen konnten. Gefangene Russen mussten helfen unsere Leute in die letzten Schützenpanzerwagen zu legen. Für die Schwerverwundeten zählte jede Minute. Ich half auch mit und als wir fertig waren rief ein Oberfeldwebel des Stoßtrupps zu sich und wollte sich für die Hilfe mit seinen Verwundeten und das Abschleppen der Schützenpanzerwagen bedanken. Ich war nur 20 Meter vom Verwundeten Transport weg als ich sah wie ein Russe sich plötzlich zwei Stielhandgranaten schnappte und mit einem Spurt auf die SPW zurannte. Wir konnten nicht so schnell reagieren, da sprang er schon zwischen die Verwundeten und zog die Granaten ab. Der Schützenpanzerwagen explodierte und die Verwundeten wurden zerrissen. Acht Mann tot und der Wagen im Eimer. Rundherum von der Druckwelle und den Splittern verwundete und selbst der Oberfeld neben mir sackte mit einem Stahlsplitter im Brustkorb neben mir zusammen. Nicht tödlich getroffen aber doch gefährlich die Verletzung. Was für eine Schweinerei, das war nicht nötig, da hätten wir alle besser aufpassen müssen. Ich versorgte den Oberfeld und nahm ihn mit zu unser Isolde, er konnte mit uns zurückfahren, das wenigste was wir da noch machen konnten. Beim Anfahren sah ich noch, dass die restlichen Gefangenen Russen erschossen wurden. Das war nicht rechtens aber ich denke die Lanzer dort waren einfach nur wütend und wollten Rache. Ich denke es wird noch schlimmer. Tagebuch Ostfront Heeresgruppe Süd 12. bis 16. Mai 1942 Der Frühling ist tatsächlich da und es wird immer wärmer. Die Erde ist getrocknet und nun wird es aber wieder staubig. Die Großoffensive der Russe hat begonnen und wir haben keine ruhige Minute mehr. Überall sind große Angriffsverbände im Vormarsch und werfen Unmengen an Material auf unsere Verteidigungsstellung. Einige Infanterieregimenter mussten schon Boden preisgeben und haben starke Verluste erlitten, weil der Ivan massive Panzerverbände einsetzt um die Fronten aufzureißen. Wir werden immer dort in den Kampf geworfen wo wir gebraucht werden. In den letzten Wochen wurde das Regiment fast komplett zusammengezogen um wieder gemeinsam eingesetzt zu werden. Es vergeht kein Tag an dem wir nicht irgendwo mit der Infanterie zusammen feindliche Panzerspitzen zerschlagen müssen oder Stellungen im Gegenangriff wieder nehmen sollen. Die Luftwaffe hat großen Anteil an den Erfolgen und an manchen Orten werden die Russenpanzer nur durch die Stukaverbände zusammengeschmissen. Gerade die schweren Panzer vom Ivan sind noch immer eine harte Nuss für uns, da kommen wir einfach nicht durch und wir können die nur kampfunfähig schießen. Ein Graus ist das für jede der Besatzungen wenn solch ein Ungetüben auf einen zurollt und Granate um Granate abprallt. Der Sturm brach los und nun wollten die Russen es wirklich wissen. Wir waren tatsächlich im Verbund der dritten Panzerdivision eingesetzt und sollten, wie in den Anfangstagen des Russland Feldzuges, die Front aufreißen und den Russen zurückdrücken. Als wir antraten dauerte es nicht lange und wir trafen auf die feindlichen Soldaten im offenen Gelände. Unsere Panzerspitzen rollten vor und wir waren nicht mehr aufzuhalten. Vereinzelt in Stellung gebrachte Panzerabwehrkanonen hatten kaum Erfolg, da wir viel zu schnell vorrückten. Teilweise hatten wir den Befehl die Feindtruppen einfach links und rechts liegen zu lassen. So konnten wir noch weiter ins Hinterland fahren um gleich die Stäbe und Trosseinheiten der Russen zu zerschlagen. Wir hatten schon einige Kilometer kämpfend zurückgelegt als wir an eine Senke kamen in denen Pferdegespanne und LKWs standen. Wir fächerten auf und ohne Vorwarnung stießen wir in die feindlichen Verbände hinein. Mindestens 500 Mann und viel Material war da vor uns zu sehen. Es gab wenig Gegenwehr. Aber die Zeit um Gefangene zu machen hatten wir auch nicht. Es wurde alles zusammengeschossen was zu erwischen war und ein Pfad aus toten Leibern und zerfetzten Fahrzeugen war die Wegmarkierung für die folgenden Truppen. Pferde gingen durch und zertrampelten die feindlichen Soldaten in schierer Panik. Fahrzeuge explodierten und Munitionsstapel gingen in unglaublichen Feuerblitzen in die Luft. Menschen wurden hin und her geworfen, starben durch den Kugelhagel der MG´s. Hier und da verzweifelte Gegenwehr, aber ohne schwere Waffen war das nicht der Rede wert. Doch dann setzte tatsächlich noch Artilleriefeuer ein. Der Russe schoss in seine eigenen Reihen um uns zu erwischen. Was von der feindlichen Einheit noch lebte wurde durch die eigenen Granaten zerrissen und zerstört. Wir waren ja schon fast durch die Senke durch und bekamen nur Erdbrocken und Schrapnellsplitte ab. Der Ivan bekam den ganzen Rest. Es blieb kein Stein mehr auf dem anderen. Weiter ging es und wir vereinigten uns mit einer kleinen Einheit Spähwagen die auch durchgebrochen waren. In breiter Formation mit ca. 12 Panzern und einigen Auffrierern ging es weiter. Langsam wurde es dunkel und der Befehl kam, dass wir igeln sollten und wir hatten Befehl auf die Infanterie zu warten. Überall an der Front sah man Artilleriefeuer und hörte Flugzeuge durch die Abendhermerung brummen. Posten wurden eingeteilt und die Offiziere trafen sich zur Lagebesprechung. Kalte Verpflegung wurde gefuttert da wir kein Feuer machen sollten um nicht die Nähmaschinen anzulocken. Flak hatten wir keine dabei also mussten wir eben auf der Hut sein. Ein paar Stunden Schlaf gab es dann doch und im ersten Büchsenlicht ging es weiter. Bei Tagesanbruch sollte es zur Höhe 301 gehen, da dort angeblich der beste Platz für einen Beobachtungsposten war. Von dort aus konnte man Kilometer weit das Land einsehen und die Artillerie dirigieren. Aber die Höhe war nicht feinfrei und schon bevor wir zum Angriff ansetzten bekamen wir Feuer. Artilleriegranaten regneten auf uns herab und wir hörten den Abschuss von schweren Waffen. Ein Panzer 3 vor uns platzte durch ein Volltreffer auseinander, also doch schwere Pack auf dem Hügel. Wir schossen zurück aber die Geschütze waren gut getarnt, also dichter ran denn wir mussten den Feuerkampf aufnehmen. Die leichten Panzerspehwagen schwenkten aus und versuchten das Feuer der Pack zu umfahren. Man sah nun auch die Rauchwolken zwischen den Büschen wenn die Feind Pack feuerte. Also Schießhalt und Feuer, Schießhalt und Feuer. Dann war die erste Pack erledigt. Weiter, nur weiter, MG Feuer und 20mm Garben aus dem Panzerspehwagen hämmerten in die feindliche Stellung. Ein Wagen wurde getroffen und brannte. Ich sah noch einen Mann herausspringen und sich in Deckung werfen. Ein weiterer Panzer von uns wurde getroffen und blieb mit zerschossenen Kette liegen. Nun waren wir am Zuge und schalteten die nächste Pack aus. Trotzdem hörte das Feuer nicht auf. Sicherlich noch irgendwo in den Bäumen eine versteckt. Über Funk bekamen wir die Position und ich drehte den Turm bis ich die Kanoniere sehen konnte. Abschuss und Einschlag weg war die letzte Radspur. Die 76mm Kanone war für unsere Solde doch gefährlich und wir waren froh diesmal durchgekommen zu sein. Weiter ging es die Anhöhe hinauf und wir fuhren Spitze. Infanterie und MG Feuer prasselte auf uns ein. Handgranaten detonierten vor und neben uns aber wir fuhren einfach weiter. Hinter uns folgte ein Panzerspehwagen um in Feuerlee zu bleiben und nicht getroffen zu werden. Plötzlich war Getrappel auf dem Panzer zu hören und ich schrie ins Mikro, dass der Ivan auf dem Panzer ist. Da knallte es auch schon und die Ohren klingelten. Unmenschliche Schmerzensschreie von außen drangen zu uns in den Kampfraum. Wieder donnerte es gegen den Turm und ich dachte schon es ist aus. Dann waren die Russen weg und der Spuk vorbei. Wir lebten noch und konnten weiterfahren. Auf der Höhe dann angekommen zerstörten wir alles was sich uns entgegen stellte und die Russen fielen wie die Fliegen in unserem zusammengefassten Abwehrfeuer. Als sich der Kampflärm abschwächte schauten wir aus dem Panzer heraus und mir wurde schlecht. Zerfetzte Körper, das was mal Russen Soldaten gewesen waren, lagen in einem Wirrwarr aus Knochen und Gedärmen auf dem Panzer. Der Turm war wie in Blut getaucht und es stank bestialisch. Der Panzeraufklärer hinter uns hielt neben uns an und berichtete, dass er mit seiner 20mm die 3 Russen vom Panzer geschossen hat. Einige Dellen haben wir davon getragen und nun konnte man sich auch ein Reim draus machen warum es so laut am Turm geknallt hat. Glück gehabt, die wollten uns sicher in die Luft sprengen oder einen Brandsatz zünden. Es dauerte ewig bis wir die Reste der 3 Russen vom Panzer runter hatten und dann sahen wir uns ihre Stellung an. Drei Panzer 3 und ein Panzer 4 hatten wir eingebüßt. Der Panzer 4 kann sicherlich wieder in Stand gesetzt werden, aber 2 der Panzer 3 waren Totalausfälle und nur 3 Überlebende kamen heraus. Die 76mm geht da einfach durch. Ein Panzer ist Spähwagen zerstört und nur der Kommandant kam noch raus. Wieder gute Leute verloren aber die Höhe war eingenommen. Lange werden wir uns hier nicht halten können und wenn nicht bald Verstärkung kommt. Vom Hügel aus konnten wir die feindlichen Einheiten tatsächlich ausmachen und meldeten das sofort über Funk an den mobilen Gefecht stand. Zu weit für Artillerie, aber nach 20 Minuten kreisten die ersten Jäger über unserem Hügel. In weiser Voraussicht hatten wir glücklicherweise unsere Flieger Sichttücher ausgelegt und kurz darauf kamen die Ju 87 und warfen ihre Bomben zwischen die Russen Kolonnen. Wir sollten unsere Stellung befestigen und auf die Schützenpanzer warten. Gegen Abend trafen die Infanteristen dann auch ein und besetzten mit uns den Hügel. Der Russe griff hier nicht mehr an und wir fühlten uns relativ sicher. Eine Mütze Schlaf das sollte doch gehen und was warmes zu essen das gab es auch. Ich hatte es mir gerade unter dem Panzer gemütlich gemacht als es Alarm gab und Feindflugzeuge den Hügel angriffen. MG Gaben zischten in unsere Stellung und Bomben fielen. Unter dem Panzer waren wir recht sicher und wir warteten das es endlich wieder ruhiger wird. Nach 30 Minuten war der Spuk vorbei und es gab keine Verluste oder größere Schäden. Im Morgengrauen kamen sie wieder und diesmal überraschten sie uns wirklich. Ich saß gerade auf dem Donnerbalken als die ersten Bomben fielen, gerade noch so die Hose hoch und wie der Teufel in irgendeinen Graben kommen, das war der Plan. Wie ein Hase hetzte ich durch das Geländer aber ich wusste doch, dass ein Unterstand in der Nähe war. Ich konnte ihn schon sehen und wurde schneller, immer schneller, nur eilig in Deckung, noch 20 Meter, noch 10 Meter und dann … Dunkelheit. War ich nun im Unterstand oder was war passiert? Alles war still, ich konnte kein Laut wahrnehmen, was war nur passiert? Vorsichtig schlug ich die Augen auf und schaute in ein gedämpftes Licht. Wo war ich, was war mit mir passiert? Vorsichtig bewegte ich den Kopf nach rechts, scheinbar war ich in einem Zug. Eine Woge aus Schmerzen durchzuckte meinen Körper und ich wurde fast ohnmächtig. Ein Lazarettzug, also doch es hat mich erwischt. Erstmal Ruhe bewahren und schauen was alles noch funktioniert. Sehen kann ich und sprechen geht auch. Hören kann ich scheinbar nichts aber ich versuchte im Stillen in mich hinein zu lauschen. Doch da war was, leise aber ich konnte was hören. Ich hob die linke Hand, die war verbunden, aber ich bewegte die Finger und zählte alle 5. Das gleiche Spiel mit der rechten Hand, hier waren nur 2 Finger verbunden. Linkes Bein noch da aber verbunden, rechtes Bein hing in einer Schlinge und war sehr dick verbunden. Aber auch das Bein war da. Ich tastete an meinem Kopf entlang und nun wusste ich auch warum ich nichts hörte. Ein strammer Kopfverband war mir angelegt worden. Also gut das sieht ja alles nicht so schlecht aus. Ich dämmerte wieder weg und wurde durch das Rütteln des Zuges und durch das Klackern der Gleise geweckt. Eine Schwester verteilte Wasser an uns und schaute mich fragend an. Ja etwas Wasser wäre schön und ich brachte ein laut mit krechzender Stimme heraus. Das kühle Nass war eine Wohltat für meinen trockenen Hals. Richtung Heimat geht es sagte die Krankenschwester zu mir und ich wusste nicht ob ich lachen oder weinen soll. Bald, ganz bald werde ich meine Gudrun sehen. Tagebuch Ostfront Heeresgruppe Süd Mai bis Juli 1942 Das Rütteln und Schwanken des Waggons und das Klackern der Schienenstränge wiegt ein wieder und wieder in den Schlaf. Scheinbar unendlich lang gerollt der Zug und es ist ein Wechselspiel zwischen Wach sein und wieder Eindösen. Wenn der Schlaf kommt ist es eigentlich eine Wonne, da man dann die Schmerzen nicht fühlt. Viel passiert hier nicht, etwas Essen, etwas Trinken, das Stöhnen der Anderen im Waggon und das Pfeifen der Lok. Drei Tage brauchten wir um endlich heim ins Reich zu kommen. Ich fühlte mich nicht gut, schwach war ich, meine Hand, das Bein, der Kopf und der Rücken schmerzten elendiglich. Noch konnte mir keiner sagen was ich wirklich hatte oder was nun alles kaputt war. Als der Zug endlich deutschen Boden erreichte ging es mir immer schlechter. Schemhaft konnte ich mich erinnern ausgeladen worden zu sein, dann der Transport mit einem LKW auf der Straße bis es irgendwann ruhiger wurde. In einem Lazarett angekommen war es eher ein Dahindemmern als tatsächlich wach zu sein. Aber ich wollte nicht sterben, ich hatte noch Pläne, ich wollte zu gut ruhen. Ob sie schon weiß, dass ich hier bin? Ob sie mich besuchen kann? Wurden meine Eltern schon informiert? Wo bin ich eigentlich? Die Tage vergingen, Schwestern und Ärzte waren an meinem Bett, aber richtig gesprochen habe ich mit niemandem. Aber die Schmerzen wurden weniger und langsam wurde ich auch wieder klarer im Geiste. Die Nächte waren schlimm, die Erinnerungen der letzten Tage an der Front ließen mich nicht los, die zerfetzten Russen, die Toten überall, Kameraden die gefallen waren und Ferdi der nicht mehr da war. Endlich kam ein älterer Oberfeldarzt zu mir und nahm sich etwas Zeit mit mir zu sprechen. Er selbst hatte einen Sohn bei der Panzerwaffe, der momentan auch an der Ostfront eingesetzt war. Im Rahmen der 13.Panzerdivision sei er wohl am Mius in schwere Kämpfe verwickelt, aber bis jetzt ist er ein tapferer junger Leutnant der seine Truppe gut führt. Wir tauschten uns über die verschiedenen Panzertypen aus und fachsimmelten über den Frontverlauf. Der Oberfeldarzt war sehr gut informiert was den Kriegsverlauf an der Ostfront betraf und ich wunderte mich woher er das alles wissen konnte. Sicherlich hatte er gute Verbindungen in die höheren Stäbe. Aber nun wollte auch ich endlich mal wissen was mit mir wirklich los ist. Er setzte seine Brille auf, las nochmal mein Krankenblatt und dann ging es los. Von oben nach unten kam da doch einiges zusammen. Schwere Kopfverletzung, wohl durch den Sturz, musste genäht werden. Beide Trommelfälle beschädigt aber auch das sollte wieder in Gange kommen. Ein blaues Auge das aber schon fast wieder verschwunden war. Schulterprellung und Schlüsselbeinbruch rechte Seite. Linke Hand Zeigefinger und Mittelfinger gebrochen. Splitterverletzung in Hand und Unterarm. Rechte Hand Quetschung kleiner Finger und Ringfinger. Hüfte geprellt möglicherweise angebrochen. Hüftgelenk ausgekugelt. Mehrere große Splitter im Rippenbereich und Gesäß. Vier Rippen gebrochen. Linkes Bein die Wade aufgerissen und Splitter im Fußgelenk. Rechtes Bein Schienbein durch Splitter Schlag gebrochen und der kleine Zeh abgerissen. Ja alles in allem nichts Schlimmes meinte der Arzt mit einem Lächeln. Sicher meinte er damit, dass ich noch ganz gut weggekommen bin. Er fragte mich an was ich mich noch erinnern konnte bevor ich verwundet worden bin. Ich erzählte das was ich noch zusammenbringen konnte und er meinte, dass es dann wohl die Russenbombe war die direkt neben mir explodiert wäre. Ich erzählte natürlich nicht, dass ich gerade vom großen Geschäft kam, das war mir dann doch zu peinlich. Ein paar Tage später kam da endlich Post von zu Hause. Meine Eltern wussten um meinen Zustand und schrieben mir einen langen Brief. Sie freuten sich darauf mich bald bei sich zu Hause zu haben. Dann ein Brief von Gudrun der nach Rosen duftete und mir das Herz wärmte. Ich sehnte mich nach meiner lieben Gudrun und vielleicht wäre es dann Zeit den Bund der Ehe einzugehen, sofern sie mich will. Dann kam noch ein Brief. Von der Front. Von meinem Funker Peter. Lieber Rudolf, nun habe ich durch den Schreibstubengast Schmidt erfahren, wo sie dich wieder zusammenflicken. Ich hoffe du bist auf dem Weg der Besserung, da ich mir sehr viele Sorgen um dich gemacht habe. Ich war es der dich in der Nähe des Unterstandes gefunden hat. Im Übrigen hat der Unterstand einen Volltreffer erhalten und alle 9 Kameraden dort drin sind gefallen. Ich denke du hattest Glück da nicht drin gewesen zu sein. Du hast schlimm ausgesehen und ich dachte dass du es nicht schaffen würdest. Nachdem wir dich notdürftig verbunden haben, wurden alle unser Verwundeten mit einem Schützenpanzerwagen nach hinten gebracht. Aber die schlechten Nachrichten kommen erst noch. Unser Ladeschütze Fritz und unser Kommandant Oberfeldwebel Hansen haben es beide nicht geschafft. Der Fritz wurde von Spittern durch Sieb in einem Graben gefunden. Und Oberfeldwebel Hansen wurde zuletzt gesehen wie er panisch in die Richtung der Russenlinien gelaufen ist. Keiner weiß was los war und ob er einfach nur durchgedreht ist. In dem Wirrwarr der Bombeneinschläge konnte das keiner so genau sagen. Er ist nicht mehr gefunden worden, entweder Volltreffer oder übergelaufen. Ich würde eher sagen Volltreffer, das macht es nicht besser aber ich denke alles andere will keiner hören. Du hast die ganz große Schlacht verpasst. Nachdem wir den Hügel eingenommen hatten ging es die nächsten Tage wieder weiter gegen die starke Russenoffensive. Wir haben dem Ivan ordentlich eine verpasst kann ich dir sagen. Einige Armeestäbe, sagt man, wurden überrannt und hohe Generäle gefangen genommen oder getötet. Überall Panzerwracks der Russen und tausende von Gefangenen. Davon kann der sich nicht wiederholen. Nun geht es nach dem harten Winter endlich wieder voran. Isolde steht immer hart am Feind und die Ersatzleute haben sich in kurzer Zeit gut bewährt. Ein ganz junger Leutnant hat die Isolde übernommen, da nicht genug Kommandanten zur Verfügung stehen, aber der Grünschnabel kann was. Wie ein Alter mit viel Ruhe und Übersicht geht er an den Feind. Der geliehene Richtschütze ist noch frisch und schießt ab und an daneben, aber auch das wird schon. Nun geht es wieder voran. Der Sommer kommt und wir werden diesmal den Russen besiegen. Ich hoffe du bist bald wieder auf dem Damm und zurück bei uns. Viel Soldaten Glück und auf bald Dein Peter Dreimal habe ich den Brief gelesen und war traurig wieder zwei Kampfgefährten verloren zu haben. Der Fritz war ein guter Kamerad, still und verschlossen aber im Gefecht immer dabei ohne Murren. Und der Kommandant? Es musste ja irgendwann mal passieren. Ich habe mir eigentlich schon gedacht, dass seine Nerven irgendwann mit ihm durchgehen. Aber überlaufen zum Russen wäre schon ein starkes Stück. Nun denn, ändern können wir es nicht und wer weiß warum Dinge passieren. Nachdem ich langsam die rechte Hand wieder benutzen konnte schrieb ich meinen Eltern und auch Gudrun. Ich erklärte wie es mir geht und dass ich wohl in einigen Wochen auf Genesungsurlaub nach Hause kommen würde. Mittlerweile war auch meine Uniform vom Spieß an das Lazarett versendet worden. Ein paar Tage später kam der Oberfeldarzt und überreichte mir feierlich das verwundene Abzeichen Silber und das Besitzzeugnis dazu. Ich bat darum die Papiere zu meinen Eltern zu senden aber das Abzeichen sollte zügig an die Uniform kommen. Das schwarze Abzeichen nahm ich ab und das Silberne hängte ich dran. Das sah schon noch etwas aus. Panzerkampfabzeichen, EK1, EK2 und nun auch das verwundene Abzeichen Silber. Kann sich sehen lassen wenn ich nach Hause fahre und mein Herr Vater wird große Augen machen. Ein paar Wochen weiter. Der Juni war schon in seiner vollen Pracht und endlich konnte ich mich Richtung Heimat aufmachen. Die Hände funktionierten wieder, die Beine waren auch ganz gut in Schuss und das Gehör war wieder hergestellt. Ich humpelte noch leicht aber das gibt sich wohl in ein paar Wochen meinte der Oberfelderarzt. Wie ein väterlicher Freund verabschiedete er mich und ich machte mich mit den entsprechenden Papieren auf den Weg nach Hause. Zuhause, ja eben eine andere Welt. Am Bahnhof empfing mich meine Familie und es war eine tränenreiche Begrüßung. Mein Vater war stolz wie Oskar das sein Sohn nun schon wie ein Kriegsheld nach Hause kam. Und auch Gudrun war da und sie war noch schöner als ich sie in Erinnerung hatte. Viele Freunde waren gekommen und die Knirpse waren ganz aus dem Häuschen mich in meiner schwarzen Panzeruniform zu sehen. Die nächsten Tage waren wirklich schön und erholsam. Ich freute mich sehr zu Hause zu sein aber auch hier im Norden spürte man den Krieg. Vieles hatte sich verändert. Die Kriegsbegeisterung war nicht mehr wie 1941. Aber lange sollte es ja nicht mehr dauern. Die Veteranen aus 1418 überboten sich mit Siegesparolen und sahen schon die ganze Welt in deutscher Hand. Ich hielt mich dann immer ein wenig zurück wie es an der Freund wirklich aussieht und das es gar nicht so einfach ist den Russen in die Knie zu zwingen. Das wollte auch keiner hören. Viel Zeit verbrachte ich mit Gudrun und wir waren uns einig, dass sie im Herbst meine Frau werden sollte. Genug Zeit alles zu planen und auf Heimaturlaub zu kommen. Eine Ferntrauung wollten wir beide nicht und wir waren guter Dinge, dass es alles klappen würde. Pflichtgemäß meldete ich mich am Ende meines Genesungsurlaubs bei der Ersatzabteilung um wieder als Frontverwendungsfähig in meine alte Einheit zu kommen. Wohin wird es gehen? Was wird auf mich zukommen? Wer wird noch da sein von der alten Truppe? Über zwei Monate war ich jetzt weg vom Regiment und der Drang wieder mit dem Panzer in den Kampf zu ziehen ließ mich nicht los. Ich bekam meine Papiere und nach einer letzten wundervollen Nacht mit meiner Gutruhm ging es wieder los in den Osten. Zurück zu meinen Kameraden, zurück zum Krieg. Tagebuch Ostfront Heeresgruppe Süd 23. Juli 1942 Ich bin hin und her gerissen. Schön war die Zeit zuhause, die Eltern, die Freunde, gemeinsame Stunden im Kreise der Lieben und auch die leckeren Sitzungen in der Gastwirtschaft waren schön. Das war eine gute und einprägsame Zeit. Man weiß wofür man kämpft und es bestärkt einen den Kampf gegen den Bolschewismus weiter zu führen. Der Kampf für unser Volk, unser Land und unsere Familien. Unvorstellbar wäre es, wenn die braunen Horden unsere schöne Scholle überfluten würden und Menschen, die man liebt, unter der Knute von solchen Politkommissaren als Arbeitssklaven leben müssten. Aber der Preis ist hoch. Wir dienen mit Blut und Eisen und es wurde schon viel Blut vergossen. Auf beiden Seiten. Aber es muss irgendwann Schluss sein, der Russe muss aufgeben nach diesen verheerenden Verlusten an seinen Fronten. So viel Land hat er verloren, schon hunderttausende Tote und noch mal so viel Gefangene. Zerstörtes Material überall und immer wieder kommen scheinbar neue Fahrzeuge und Panzer aus unsichtbaren Fabriken am Ural an die Front. Das C-Ring endet hoffentlich bald. Die Sommeroffensive scheint gut voran zu gehen und wir rücken überall vor. Nun muss ich wieder nach vorne schauen. Meine Kameraden warten sicherlich schon auf mich und eine innere Vorfreude macht sich in mir breit. Aber was erwartet mich? Wer ist noch da und wer ist fürs Vaterland gefallen? Was macht Isolde? Haben wir jetzt endlich die langen Kanonen für unsere Panzer 4 bekommen und nicht so wie damals nur als Feldversuch? Viele Fragen die mich beschäftigen. Aber nun muss ich wieder funktionieren. Mein Mann stehen. An der Seite meiner Kameraden gegen den Russen stehen. Stunde um Stunde geht es mit dem Zug durch die deutschen Lande. Schön ist es und alles leuchtet in sommerlicher Pracht. Die Felder stehen gut unter den Händen der treuen Landwirte und ringen dem Boden das Beste ab was er zu bieten hat. Die Wälder mit ihren Blätterdächern recken sich nach der Sonne und sind in der Weite kaum überschaubar. Vorbei an großen Seen und kleinen Hebungen geht es Richtung Osten. Die alte Reichsgrenze wird überschritten und nun weiter, immer weiter über das Land das wir dem Stalin abgerungen haben. Über Gommel und Bialystok ging es Richtung Scharkow. Als ich dort ankam herrschte ein reges Treiben in der Stadt. Hauptsächlich der Nachschub wurde hier für die laufende Offensive in alle Richtungen der Front weiter geschoben. Es ging scheinbar alles Richtung Süden. Mir wurde geraten einen Transportzug zu finden, der Richtung Stalingrad fährt. Mein Regiment legte kämpfend enorme Strecken zurück und es wurde ein Glücksspiel den Stab zu finden. Dann in der Nähe von Nikola Geffka wurde ich dann durch Zufall auf einen Transportzug aufmerksam, der beschädigte Panzer transportierte. Ein paar Panzersoldaten waren zu sehen und ich erkundigte mich nach meinem Regiment. Noch 80 Kilometer Richtung Süden auf der Rollbahn, dort sollte ich meine Einheit finden. Mit einem LKW auf staubigen Straßen kam ich dann endlich an mein Ziel. Alles in allem dauerte erst drei Tage bis ich wieder bei meiner Truppe war. Schnell wurde ich in dem kleinen Ort fündig damit der gefreite Schmidt über den Weg lief. Es war ein freudiges Wiedersehen und schon ging es zur Schreibstube. Wir hatten uns einiges zu erzählen und er wollte alles über die Heimat wissen. Natürlich wollte er auch genau erklärt haben wie es im Lazarett war und ob ich wieder voll einsatzfähig wäre. Beim Spieß meldete ich mich wie es sich gehörte und dass ich mich jetzt schon auf meine Besatzung freuen würde. Das Regiment war relativ geschlossen im Einsatz und konnte enorme Erfolge erzielen. Gerade erst wurde bei einem Vorstoß neun Lokomotiven und ein Güterzug voller Getreide erbeutet. Das ist bei den schnellen Vorstößen immer der Lohn des Risikos. Meine Isolde war noch unterwegs und ich sollte so lange bei der Instandsetzung aushelfen. Die Quartiere waren soweit in Ordnung und man konnte sich nicht beklagen. Mein rechtes Bein machte noch ein paar Zicken, aber langsam wurde es wieder. Panzer zu reparieren gab einem die Gelegenheit viel über die Technik zu lernen. Wer weiß, möglicherweise kann einem das mal nützlich sein. Wir hatten einen Panzer 3 zu reparieren, der durch Panzerbüchsenbeschuss in den Turm den Kommandanten verletzt und den Richtschützen getötet hatte. Die Banausen legen sich auf die Lauer und warten bis man vorbei ist. Dann werden 3-4 Schuss in die Seite des Panzers gejagt und dann türmt die Saubande. Die Geschosse gehen nicht immer durch aber wenn… naja. Wir reparierten den Turm und ersetzten die defekten Teile aus einem anderen Schadpanzer, der zurück nach Deutschland gehen sollte. Nach 2 Tagen war Isolde noch immer nicht aus dem Feld zurück und ich wurde langsam nervös. Ich sagte Schmidt Bescheid er solle mich ruhig auf die Ersatzliste setzen, ich wollte wieder raus. Ich war nun mal Richtschütze und kein Mechaniker. Gleich am nächsten Morgen wurde ich auf einem Panzer 3 eingeteilt um einen Vorstoß in einen ungesicherten Bereich zu machen. Hier waren nur wenige Infanteriekräfte zur Frontsicherung eingeteilt um die Flankenbedrohung von Nordosten abzuwenden. Da die Frontlinie zu dünn war kam der Russe immer mal wieder mit seinen leichten Panzerspehwagen durch. Nach der Beschreibung waren es wohl BA-10 Fahrzeuge mit einer 45mm Kanone. Die waren schnell und wendig und für die Infanterie immer ein Ärgernis. Also wurden 3 Panzer 3 zur Kampfgruppe zusammengestellt und wir machten uns auf in die Richtung der Frontlinie. Mittlerweile war es ja die Kalmückensteppe in der wir uns bewegten, noch flaches Land und mit den Panzern kam man gut voran. In einer Marschpause erklärte uns unser Kampfgruppenkommandeur was er vorhatte. Er wollte einen Hinterhalt legen und einen defekten Panzer als Beute nutzen. Gesagt, getan, am Abend hatten wir eine gute Stelle gefunden die für den Russen gut einsehbar war. Wir stellten einen Panzer auf und einen Lkw dazu. Es sollte so aussehen als ob der Panzer defekt wäre und der Werkstattzug den abschleppen wollte. Hinter dem Panzer waren Gräben für die Lkw-Besatzung angelegt, damit die sich in Deckung werfen konnten sollte ein Angriff passieren. Wir anderen hatten unsere Panzer gut getarnt in kleinen Bodensenken hinter Strauchwerk versteckt, was sich bei der wenigen Vegetation als nicht so einfach erwies. Es dauerte bis zum Mittag da waren schon die Aufklärer der Russen über uns. Hoffentlich kommt keine Artillerie, sonst ist der Ofen aus. Aber erstmal abwarten. Gegen 15 Uhr sahen wir sie kommen, 3 BAs die in schneller Fahrt auf unseren Schadpanzer zurasten. Die vorgeschobenen Infanteristen in ihren Schützendöchern eröffneten das Feuer aber die schnellen Russenpanzer ließen sich davon nicht beeindrucken. Nun ging alles ganz schnell, feindliche Infanterie erschien auf dem Gefechtsfeld und stieß in unsere Abwehrstellung hinein. Noch merken die Russen nicht was los war, erst als der erste Wagen in einem Feuerball auseinander platzte. Die Besatzung vom Schadpanzer feuerte in die Reihen der anrückenden Russen und die 5 cm Sprenggranaten schlugen blutige Furchen in die Angreifer. Nun fuhren wir an und brachen aus der Deckung heraus. Mittlerweile fuhren schon 5 BAs wie der Teufel über den harten Steppenboden und versuchten ihrerseits den LKW und den Panzer zu erreichen. Der LKW wurde von MG Feuer durchsiebt. Unsere Männer lagen sicher hinter dem Panzer im Deckungsloch. Wir feuerten auf die Feindwagen und trafen. Unsere Bug-MGs schossen auf die Reifen und die 5 cm hielt dazwischen. Erst Lahm schießen und dann Vernichtungsfeuer. Nun merken die Russen was gespielt wurde. Drei Russenpanzerwagen lagen schon brennt auf dem Schlachtfeld. Einer versuchte mit beschädigten Reifen zu drehen aber wurde dann endlich getroffen und blieb stehen. Die Russen sprangen heraus aber kamen nicht weit. In den MG Gaben unserer Infanterie wurden die Männer durchlöchert und starben. Ein Fahrzeug war noch intakt und wir fuhr wie der Teufel zurück zu den eigenen Linien. Wir stoppten und schossen aber der war einfach zuwendig und wir erwischten den nicht. Im Kreuzfeuer unser Schützenlöcher brachen auch die zurückflutenden Russen Horden zusammen. Der letzte Wagen fuhr in Schlangenlinien zurück um nicht getroffen zu werden. Ich zielte und ich nahm mir Zeit den Wagen doch noch abzuschießen. Nur ein Wimpernschlag vor dem Abschuss bäumte sich der BA auf und überschlug sich. Na gut, erledigt dachte ich und wir fuhren weiter bis zu unserem Schadpanzer. Hier war soweit alles in Ordnung, zwei Soldaten verletzt aber nichts Ernstes. Weiter ging es zu unseren Schützenlöchern. Hier hatten wir pro Deckungsloch drei Mann eingesetzt. Nun wurde auch klar was den letzten Panzerspehwagen gestoppt hat. Er war in voller Fahrt in das Deckungsloch gefahren und hatte alle drei Mann dort drin getötet. Dadurch kam auch der Überschlag zustande und nur einer der Russen hat den Unfall überlebt. Verdammt nochmal was für ein Pech. Nun denn, über 40 tote Russen und 5 BAs ausgeschaltet. Damit war hier erstmal Ruhe und wir konnten den Frontabschnitt wieder verlassen. Am nächsten Tag fuhren wir zurück zum Regiment. Als wir ankamen standen schon einige Panzer IV lang und auch unsere Isolde beim Regimentsstab herum. Später fand ich auch unseren Funker Peter und ich freute mich wieder ein bekanntes Gesicht gefunden zu haben. Der Abend war feucht fröhlich und wir gönnen uns ein Gläschen Wein auf das Wiedersehen. bis zum nächsten Tag. Vielen Dank.